Ganz herzlich willkommen zur Lage der Nation aus Genöbel Nummer 160 vom 11. Oktober 2019. Wie immer am Mikrofon bin zum einen ich, Philipp Banse, Journalist und wie ihr hört, Podcaster und am anderen Ende der Leitung sitzt. Ulf Burmeier, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Jurist aus Berlin und freue mich, dass ihr wieder dabei seid oder vielleicht sogar zum ersten Mal dabei seid, wenn wir die politischen Ereignisse in Deutschland und der Welt für euch zusammenkehren. Und bevor wir in unser Pad einsteigen, in unsere eigentlichen Themen, wie immer so ein, zwei Hinweise in eigener Sache. Zum Beispiel ist am kommenden Wochenende in Münster in Westfalen wieder eine Lage live. Am 19.10. die Karten für Early Access, für die allerbesten Sitzplätze sind schon weg, aber es gibt noch ein ganz paar Karten im Vorverkauf, die ihr schießen könnt auf lage.live. So heißt die Internetadresse htps//lage.live. Da gibt es die letzten Karten für Münster, das wird sicher nicht sehr schön, wir freuen uns auf euch, wir freuen uns auf Münster. Wenn ihr Lust habt, klickt euch ein Ticket und seid dabei. Genau, ein Hinweis auch noch, wir haben ja die berühmten Lagebilder, also Fotos von dem, was ihr seht, wenn ihr die Lage hört. Die könnt ihr natürlich einerseits schicken an lagebilder.lagedernation.org. Ihr könnt es aber auch bei uns beim Instagram abladen unter lagedernation und Hashtag Lagebilder. Das ist eigentlich ein ganz schönes Forum, könnt ihr auch abonnieren uns und folgen. Chiara betreut den Kanal und da sind tatsächlich auch viele der Lagebilder drin und es gibt natürlich auch Announcements für Lagen live etc. pp. Könnt ihr also mal abonnieren, Lage der Nation bei Instagram. Genauso wie wir natürlich auch bei Twitter sind, da unter dem Händel Lage Nation, da nähern wir uns so langsam den 20.000 Followern. Auf Insta sind es noch nicht ganz so viele, insofern freuen wir uns sehr, wenn ihr euch da reinklickt. Ja, jetzt würde ich aber sagen, hinein in das erste Thema der Woche und es ist leider ein trauriges, wir kommen nicht drum rum. Wir müssen sprechen über die Morde in Halle an der Saale und natürlich auch über die gesellschaftlichen Reaktionen und vor allem die ausbleibenden Reaktionen. Aber fangen wir doch an, nach guter Lage man ja mit den Fakten, Philipp, was ist geschehen? Ja, es gab einen Terroranschlag am Mittwoch in Halle, ein Tatverdichtiger, Stefan B., ist festgenommen, sitzt in Untersuchungshaft. 27 Jahre Deutscher aus Halle, hat die Tat gestanden, hat bei der Befragung beim Generalbundesanwalt auch die antisemitischen Motive mittlerweile gestanden. Er hatte einen Golf gemietet und den mit selbst gebastelten Waffen und Sprengstoff vollgepackt. Waffenteile hat er zumindest teilweise im 3D-Drucker hergestellt, schreibt der Spiegel. Und er hat dann versucht, in Halle in eine Synagoge einzudringen am höchsten jüdischen Feiertag, dem Yom Kippur. Die Synagoge war voll, 70, 80 Menschen waren drin. Und der Gemeindeversteher Max Privorotzki hat nach eigenen Angaben das in der Überwachungskamera beobachtet, was vor der Synagogentür vorging, nämlich dass Stefan B. versucht hat, diese Tür zu öffnen. Und wird zitiert mit den Worten, der Täter schoss mehrfach auf die Tür und warf auch mehrere Molotow-Cocktails, Böller und Granaten, um einzudringen. Aber die Tür blieb zu, Gott hat uns beschützt. Das Ganze dauerte vielleicht fünf bis zehn Minuten. So der Gemeindeversteher, das ist ein Zitat aus dem Spiegel. Ja, daraufhin hat Stefan B. allerdings seine Attentatspläne durchaus nicht aufgegeben, sondern ganz im Gegenteil. Er hat dann ziemlich frustriert sich geäußert und ist losgelaufen, hat wahllos zwei Menschen erschossen, unter anderem einer Passantin in den Rücken geschossen aus keinem erkennbarem Grund. Und dann später noch ein Mann in einem Dönerimbiss. Weitere Tötung hat er versucht. Er hat sich also mit einem Mann auf der Straße einen Streit geliefert, hat auch eine Waffe abzufeuern versucht. Das hat sich aber kein Schuss gelöst. Wie gesagt, diese Waffen, die er dabei hatte, waren alle irgendwie selbst gebaut und haben offensichtlich nicht so richtig funktioniert. Gott sei Dank, sonst wäre die Schreckensbilanz vermutlich noch weitaus dramatischer ausgefallen. Und dann hat er noch einen Sprengsatz in den Dönerimbiss geworfen, der aber offenbar keine größeren Schäden ausgelöst hat. Und das alles wissen wir relativ detailliert, weil, und da muss man sagen, schon wieder, sich auch dieser Täter dabei gefilmt hat, wie er seinen Attentat ausgeführt hat. Er trug also so eine Helmkamera, streamte dieses Video seiner Tat direkt live ins Netz. Und die Aufzeichnung wurde dann später von den großen Plattformen zwar schnell gelöscht, aber wir haben Hörerpost bekommen, wo uns jemand gesagt hat, dass dieses Video weiterhin über WhatsApp geteilt wird. Und ihm ist es wohl auch schon mehrfach angeboten worden, aber er sagt, er will es nicht haben. Aber ganz offensichtlich, wie das eben so ist im Internet, sind diese Daten nicht mehr so richtig aus dem Internet zu bekommen. Und Philipp, es sieht doch sehr danach aus, als wenn sich dieser Mann ein Beispiel an dem Anschlag in Christchurch vor einigen Monaten genommen hat. Ja, danach sieht es sehr aus. Er hat ja auch am Anfang seines Videos ein paar Ansagen auf Englisch gemacht. Also da ist klar, dass er sich auch an ein internationales Publikum richtet. Und er hat auch so ein paar Gags gemacht und Sprüche gemacht, die rekurrieren auf bestimmte Sprachformen, Witze in Anführungszeichen aus solchen rechten Foren. Und das ganze Design, würde ich mal nennen, die ganze Präsentation seiner Gewalttat, seines Terroranschlags, erinnert doch sehr an diese ganzen Attentäter, über die wir schon öfter sprechen mussten. Ja, da gab es einen ganz interessanten Text übrigens von Konstantin van Leinden, der arbeitet bei der FAZ und hat mal so ein bisschen aufgearbeitet, was es da eigentlich für Parallelen gibt. Gerade zu der Internetspielekultur, der Kultur, wenn man das so sagen will, auch 4chan, also so einer Internetplattform. Und der Art und Weise, wie dieser Stefan B. seine Tat inszeniert hat. Ganz interessant, könnt ihr in den Shownotes nachlesen. Zur Tatmotivation, da glaube ich gibt es wenig Zweifel, hat das ja mittlerweile bei den Befragungen auch gestanden. Er hat auch am Anfang seines Videos den Holocaust geleugnet, seinen Hass auf Juden Ausdruck verliehen im Sinne von... Die Juden sind an allem schuld. Die Juden sind an allem schuld. Es ist auch ein Manifest in Anführungsstrichen aufgetaucht, das nochmal detailliert diese Anschlückspläne festgehalten hat. Das haben die Experten vom International Center for the Study of Radicalization in London ausgegraben in einem rechten Forum und das wird wohl auch als authentisch bewertet. Es hält auch Fotos von den verwendeten Waffeninhalt. Um es kurz zu machen, es sollen, Zitat, vorzugsweise Juden getötet werden, aber auch Muslime oder Linke werden eben als Opfer erwähnt. Also ich denke über die Motivation, über die rassistisch-antisemitische Antrieb kann es keinen Zweifel geben. Ja und diese Einordnung als Terroranschlag wird offensichtlich auch von den Behörden geteilt. So hat die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe die Ermittlungen übernommen, hat beim Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs einen Haftbefehl beantragt, der auch erlassen wurde. Kriminaltechnisch soll es sich bei Stefan B. zunächst mal um einen Einzeltäter handeln. Also bei der unmittelbaren Tatausführung gab es wohl keine weiteren Menschen, die da mitgewirkt haben. Aber ich denke, man muss trotzdem sehr vorsichtig sein bei dieser Bezeichnung als Einzeltäter, denn wir haben es gerade schon angedeutet. Also jedenfalls ideologisch und von seiner Motivation her ist Stefan B. selbstverständlich einsortiert, eingeordnet in eine große Gruppe von Rechtsradikalen, die sich eben immer weiter radikalisieren. Und wir haben es hier einfach schon wieder, muss man sagen, mit einem rechtsradikalen Terroranschlag in Deutschland zu tun. Und ich denke, das Bild, das daraus entsteht, wird immer klarer. Nur mal um so ein ganz paar Stichworte zu nennen, einfach aus den letzten Wochen und Monaten. Und dann sieht man doch sehr deutlich, dass wir ein ganz massives Problem haben, zum einen mit gewaltbereitem Rechtsextremismus. Also denken wir an den Aufmarsch rechter Schläger vor einem Jahr in Chemnitz. Denken wir an die massenhaft gezeigten Hitlergrüße, die aber die Polizei weitgehend ignoriert hat. Denken wir an die Anschlagsvorbereitung der mutmaßlichen Terrorgruppe Revolution Chemnitz, die da ja auch auf so einer kleinen Insel irgendwie versucht haben, Leute festzunehmen und Menschen, die sie für Ausländer hielten, zusammengeschlagen haben. Und wir haben es natürlich vor allem zu tun mit einem massiven Problem mit tatsächlicher rechter Gewalt. Also nicht nur Gewaltbereitschaft aus rechtsradikalen Motiven heraus, sondern mit tatsächlich ausgeübter Gewalt. Denken wir an die Terrorserie des sogenannten NSU, also des Nationalsozialistischen Untergrunds, wo eine ganze Reihe von Migranten erschossen worden sind und auch eine Polizistin. Denken wir an die serienweisen Anschläge auf Wohnheime von Geflüchteten, denen ganz offenkundig ausländerfeindliche Motive zugrunde liegen. Denken wir an Anfang Juni, den Mord am CDU-Politiker Walter Lübcke in Kassel. Wir haben damals schon ausführlich darüber berichtet, dass es da ein großes Problem gibt und dass die gesellschaftliche Reaktion unverständlicherweise ausbleibt weitgehend. Und jetzt haben wir es hier zu tun mit den Morden in Halle. Und man sieht einfach sehr deutlich, es gibt da eine Szene, aus der immer wieder brutalste Gewalttaten heraus verübt werden. Ja und diese rechte Gewalt, die fällt ja auch nicht vom Himmel, der Tagesspiegel, der hat jetzt zusammen mit Zeit Online nochmal Recherchen veröffentlicht und nach denen seit 1990 mindestens 169 Menschen von der extremen Rechten getötet wurden. Die interaktive Karte, die haben wir verlinkt und ein Foto findet ihr auch auf eurem Smartphone, wenn ihr da jetzt drauf guckt. Also da denke ich, ist es schwer von Einzelfällen zu sprechen und Einzeltätern zu sprechen, wenn man diese jahrzehntelange, irgendwas brummt da bei dir. Jo, kann ich nicht erinnern. Es wird gebaut, Philipp. Ah, okay, okay. Alles klar. Wir hoffen mal, dass das gefiltert wird, ansonsten müssen wir mal schauen. Ja, genau, es wird gebaut. Also wie gesagt, da von Einzelfällen zu sprechen, das kann man nicht mehr machen. Sondern es gibt halt eine breite deutschlandweite, aber eben auch weltweite Szene online wie offline, die sich vernetzen und radikalisieren. Ja, und das ist natürlich als solche schon ein großes Problem, dass es diese Menschen gibt, dass es dieses Gedankengut gibt, dessen Austausch durch das Internet natürlich erheblich vereinfacht wird, sodass es eben nicht mehr bei einem dummen Spruch am Stammtisch bleibt, sondern dass es eben möglich ist, online Gleichgesinnte zu finden und sich immer mehr hineinzusteigern in seinen politischen Extremismus. Ich denke aber, ein großer Teil des Problems ist aber auch, dass wir es mit einer völlig unzureichenden gesellschaftlichen Reaktion zu tun haben. Das haben wir schon im Juni ausdrücklich kritisiert nach diesem Nazimord in Kassel. Da hatten wir mal darauf hingewiesen, wie die gesellschaftlichen Reaktionen nämlich weitgehend ausbleiben. Wie dann eben sehr gerne von Einzeltätern gesprochen wird, so als gäbe es im Grunde nichts zu tun und als könnte man jetzt einfach zur Tagesordnung übergehen. Und wir möchten da jetzt mal als Beispiel herausgreifen eine Stimme aus der Polizei. Der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft, Oliver Malchow, hat sich da im Morgenmagazin von ARD und ZDF in einer Weise geäußert, die wir ganz interessant finden. Wie gesagt, uns geht es da weniger um die Person dieses Funktionärs, sondern um das Gedankengut, das dahinter steht. Aber hören wir zunächst mal den O-Ton. Wir können nicht neben der Terrorbekämpfung dann gleichzeitig mit viel Personal jetzt uns auch um Rechtsextremisten kümmern. Das müssen wir alles machen, weil wir ja sehen, wie gefährlich die rechte Szene ist. Wir werden auch weiterhin Schwerpunkte setzen, aber wir dünnen aus allen Bereichen Personal aus. Das ist schon schwierig. Also er trennt da zwischen Terrorbekämpfung und Rechtsextremismus vor dem Hintergrund des Terrors in Halle. Jetzt kann man sagen, das ist so ein bisschen dahingesagt, aber es offenbart schon, wo das Problem, glaube ich, liegt. Dass eben immer noch unterschieden wird, der Terror. Terror ist links oder Terror ist islamistisch. Aber Rechtsextremismus, naja, das ist vielleicht ärgerlich, aber nicht synonym mit Terror. Ja, das finde ich ehrlich gesagt auch dramatisch. Man kann ja mal im Gegensatz die Frage stellen, ist das etwa kein Terrorismus, wenn jemand versucht, einen Massaker in einer Synagoge anzurichten, in der 70, 80 Leute Yom Kippur feiern. Und ausschließlich dadurch davon abgehalten wird, dass die Tür hält. Was den Mann dann wiederum nicht davon abhält, auf der Straße zwei völlig unbeteiligte Menschen umzubringen. Ist das etwa kein Terrorismus? Was soll das denn sonst sein? Und da frage ich ehrlich gesagt, wie kann das sein, dass Herr Malchow da differenziert? Wie gesagt, es geht uns überhaupt nicht um die Personen von Oliver Malchow, sondern es geht uns um die dahinterstehende Denke. Ich finde es unglaublich unverantwortlich, das zu trennen. Und das klingt so ein bisschen fast wie, wir haben schlimmen Terrorismus, ja, nämlich Islamisten und dann und vielleicht noch Linke, ja, auch wenn wir die momentan ja nichts machen in Deutschland oder wenig machen. Und dann haben wir so ein paar dumme Streiche von den Nazis. Und da muss man locker bleiben. Also das sagt er natürlich nicht in dieser Schärfe. Er sagt ja, man muss auch was gegen Rechtsextremismus tun. Aber er definiert das, was da in Halle geschehen ist, ganz explizit heraus aus dem Begriff des Terrorismus. Und das ist aus meiner Sicht eine völlig unverantwortliche Form von Weichspülerei. Aber gut, er ist ja immerhin Gewerkschaftsfunktionär. Und deswegen muss man wohl oder übel annehmen, dass er wiedergibt, was jedenfalls in Teilen der Polizei gedacht wird. Und das steht aus meiner Sicht symptomatisch für das Verdrängen, dass die zentrale Bedrohung unserer Tage neben dem Klimawandel natürlich nicht irgendwie Linke oder Islamisten sind, sondern die Nazis. Man kann natürlich an diesem Tag auch nicht verschweigen, dass es in Berlin gerade vor fünf Tagen erst einen Vorfall gab, wo ein Mann mit Migrationshintergrund, nämlich ein 23-jähriger Syrer, mit einem Messer in der Hand auf die Wachmänner vor einer Synagoge zulief. Das heißt also, natürlich gibt es nach wie vor auch Taten aus dem islamistischen Bereich. Das Ding ist nur, dieser Mann hat letztlich niemandem was getan. Er hatte ein Messer in der Hand, ließ sich aber widerstandslos festnehmen. Und es stellte sich raus, leidet an einer Geisteskrankheit, wurde gleich in eine Psychiatrie eingewiesen. Also das kann man, glaube ich, inhaltlich nicht wirklich vergleichen mit einem Menschen, der natürlich auch eine Vollmeise hat. Aber der eben nicht quasi psychisch krank war, sondern der im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte sich radikalisiert hat, mutmaßlich im Internet. Und dann eben versucht hat, da einen Massenmord zu begehen. Und wie gesagt, deswegen finde ich, diese Tat von Halle und die Reaktion von Herrn Meiche steht irgendwie so symptomatisch dafür, dass rechter Terror nach wie vor, jedenfalls in Teilen der Sicherheitsbehörden, ganz offensichtlich nicht so dramatisch gesehen wird, wie das eigentlich sein müsste. Ja, und es gibt ja auch noch weitere Beispiele, die darauf hindeuten, Philipp. Ja, also zum Beispiel stand kein Polizist vor dieser Synagoge. Ausgerechnet an Yom Kippur. Das ist, glaube ich, in München und Hamburg und Berlin durchaus anders. Also da stehen Polizisten davor. Standardmäßig in Halle war, glaube ich, Warnstufe 6 oder wie das heißt. Also da soll alle hin und wieder einmal am Tag irgendwie random mal ein Streifenwagen vorbeifahren. Da sagen jetzt viele, ja, das ist ein bisschen wenig gewesen. Und auch Vertreter jüdischer Gemeinden, speziell aus Halle, haben sich beklagt, dass sie nie Polizist bekommen, auch wenn sie danach fragen und so. Sicherlich, das kann man verbessern. Aber das ändert ja nichts am Grundproblem. Ja, das ändert nichts an dem Grundproblem, dass wir mit dieser vernetzten rechten Szene zu tun haben, die offenbar immer größer wird und dass die Reaktionen seitens Gesellschaft und Politik da ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Ich meine, auf der einen Seite ist man ja so ein bisschen machtlos und wir verfallen, würde ich sagen, oder wir üben uns, neutraler gesagt, ja immer in ähnlichen Ritualen, wenn sowas passiert. Sei es Christchurch, sei es andere Terroranschläge, sei es jetzt Halle. Natürlich ist man mit den Gedanken bei den Opfern. Natürlich zeigt man Solidarität. Merkel ist in die Synagoge an der Oranjeburger Straße in Berlin gegangen. Das kann man wegwischen im Sinne von, ja, das sind immer dieselben Rituale und das bringt ja alles doch nichts. Ich glaube trotzdem, dass man das unbedingt machen muss, weil es einfach das Mindeste ist, was wir machen können. Das ist eine total menschliche Reaktion, ob die jetzt die Welt ändert oder nicht. Aber das ist das, was uns als Menschen ausmacht. Und es hat eben die ganz wichtige Funktion, uns als Demokraten und Menschenmenschen als Gruppe wahrnehmbar zu lassen. Uns da auch gegenseitig der Zugehörigkeit zu dieser großen, großen Mehrheit derer zu versichern, die sowas verabscheuen. Und das haben sich ja dann auch Menschenketten gebildet um Synagogen. Wie gesagt, man kann das als hilflose Reaktion abtun und die Welt ändert das vielleicht nicht. Aber es ist das Mindeste, was wir als Menschen bei sowas tun müssen. Deswegen finde ich das gut, auch wenn es sich anfühlt wie immer das gleiche Ritual. Aber es ist ja auch häufig das Gleiche. Es sind halt Leute, die da radikalisiert sind, zu den Waffen greifen, ungeschützte, unschuldige Menschen niedermähen. Wie soll man da spontan anders drauf reagieren als so? Ja, also ich würde das auch unterschreiben, Philipp, dass das als spontane Reaktion natürlich gut und richtig ist, sich solidarisch zu zeigen, Mahnwachen abzuhalten und derlei. Aber ich glaube, wir stehen schon vor der Erkenntnis, dass das einfach nicht reicht. Also mir persönlich fehlt es nach wie vor da an einem ganz zentralen gesellschaftlichen Konsens. Ja, dass man nicht nur verurteilt, sondern dass man die Bekämpfung des Rechtsextremismus, insbesondere natürlich des gewaltbereiten Rechtsextremismus, ganz oben auf die gesellschaftliche Agenda setzt. Und dieses Agenda-Setting ist bislang aus meiner Sicht nicht passiert. Also so ganz langsam fängt das jetzt an mit dem Klimaschutz, dass der oben auf der Agenda auftaucht. Aber innenpolitisch ist mein persönlicher Eindruck, dass da noch ganz andere Dinge eine Rolle spielen. Islamismus wird viel diskutiert. Es wird auch über Linksextremismus diskutiert, als wäre der jetzt irgendwie momentan ein zentrales Problem. Aber über den Rechtsextremismus und rechten Terror redet man viel zu wenig. Und das finde ich vor allem deswegen so irritierend, weil wir ja als Gesellschaft durchaus gezeigt haben, dass wir das können. Ja, wir können ja uns gesellschaftlich tatsächlich quasi zusammenschließen im Kampf gegen einen terroristischen Feind. Da muss man gar nicht so wahnsinnig lange zurückschauen. Nämlich nur auf die RAF blicken, die sogenannte Rote Armee Fraktion. Denn wenn man sich das mal anschaut, klar, was die gemacht haben, war furchtbar. Ja, 33 Menschen haben die umgebracht im Laufe von etwa 20 Jahren ihrer Tätigkeit. Jedes einzelne Todesopfer ist zu viel. Damit das hier niemand falsch versteht. Aber das sind nur etwa 20 Prozent der Opferzahlen des rechtsradikalen Terrors seit 1990. Da muss man sich überlegen, im Verhältnis. Der RAF hat etwa 20 Prozent, rein zahlenmäßig umgebracht, von rechtsextremen Tätern. Und wenn man dann aber sich anschaut, dass zu Zeiten der RAF dieses Land im Ausnahmezustand war. Ja, wir haben das im Juni schon mal ausführlich diskutiert. Ich will das nicht alles wiederholen. Das Land war im Ausnahmezustand. Wir hatten Straßensperren überall. Wir hatten radikale Gesetzesänderungen. Ja, Anwälte konnten nur noch sehr eingeschränkt, können auch teilweise bis heute kaum noch mit ihren Mandantinnen und Mandanten kommunizieren. Also wirklich radikale Maßnahmen. Es gab einfach diesen gesellschaftlichen breiten Konsens, diesen Feind des Terrorismus zu besiegen. Beim Islamismus kann man das jedenfalls ähnlich feststellen. Vielleicht nicht ganz in dieser radikalen Schärfe. Aber es gibt jedenfalls auch den Konsens, das ist unser Feind, die müssen wir bekämpfen. Und da frage ich mich, warum? Warum gibt es eigentlich diesen Konsens nicht gegen rechte Täter? Und die Frage, die ich mir da stelle, ist, liegt es irgendwie daran, dass diese Taten von Rechtsradikalen vermeintlich nicht uns treffen, sondern eben nur, in Anführungsstrichen natürlich, nur Geflüchtete, nur Menschen jüdischen Glaubens? Ist das eben Terror gegen die anderen? Den finden wir nicht so schlimm, Philipp? Kann man das so sagen? Ja, ich bin, da ist auf jeden Fall was da dran, weil ich glaube, das führt uns auch zurück zu dieser Diskussion, die wir vor ein paar Wochen auch mal geführt haben über Rassismus, auch in uns selber. Und ich glaube, das spielt bei dieser Diskussion eine große Rolle, dass wir in einer rassistischen Gesellschaft aufwachsen, aufgewachsen sind, dass wir auch, glaube ich, weiß ich jetzt nicht, ob im selben Ausmaß, aber durchaus auch mit Antisemitismus aufwachsen, in vielen Gegenden zumindest. Und dass es, glaube ich, vielen sehr schwerfällt, sich daraus zu lösen. Also, dass sie es intellektuell schaffen, ja, aber so als Gesellschaft und um gesellschaftliche Reflexe und große tektonische Bewegungen zu ändern, glaube ich, muss jeder bei sich selber anfangen, so wie wir das vielleicht damals versucht haben, anzustoßen und zu fragen, wo liegen meine Vorurteile? Wo folge ich rassistischen Reflexen? Und ich glaube, das spielt da auch mit rein, dass man denkt, na ja, trifft halt die, trifft halt nicht uns. Und so unangenehm das ist, man ist deshalb nicht böse, aber die Verantwortung ist schon da, sich selber damit auseinanderzusetzen und auch mit diesen Reflexen, sich in unserer Gesellschaft auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dass da schon auch ein Grund mit liegt, warum wir uns so schwer tun als Gesellschaft, diesen rechten Terror als gleichwertig zu betrachten. Oder als gleichfurchtbar, muss man ja sagen. Und gleichfurchtbar, nicht wertig, sondern als gleichfurchtbar auf einer Ebene zu betrachten mit allen anderen terroristischen Aktivitäten. Und ich glaube, da spielt auch mit rein, dass es eben nicht uns trifft, sondern Schwächere, dass es Minderheiten trifft und nicht die weiße Mehrheit infrage stellt. Da kann man wirklich nur an jeden appellieren, sich da mal selber zu fragen und in sich reinzugehen, weil das der Anfang ist für eine gesellschaftliche Änderung. Ich meine, wir haben Horst Seehofer, Innenminister, der hat jetzt immerhin gesagt, die Bedrohungslage durch Antisemitismus und rechten Terror sei sehr hoch in Deutschland. Okay, darauf müsse jetzt reagiert werden. Okay, Zitat, wir müssen auf die zunehmende rechte Gewalt reagieren. Neben dem islamistischen Terror sei dies, Zitat, hat die zentrale Herausforderung für unser Land. Reicht sicher nicht, ist aber ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, würde ich auch so sehen. Würde ich auch so sehen. Man muss sich, glaube ich, diese Reflexe einfach bewusst machen, Philipp, die du gerade eben ausführlich auch angesprochen hast. Diese unterschwelligen Gefühle, das ist vielleicht alles nicht ganz so schlimm, weil es ja nicht uns trifft. Und das ist auch vor allem Appell, den man, glaube ich, richten kann und darf an Menschen, die in Sicherheitsbehörden Verantwortung tragen. Sich das einfach klarzumachen. Klar, bei der RAF war das einfach. Die haben in Anführungsstrichen gegen das Schweinesystem gekämpft. Und Polizei und Justiz waren halt natürlich zentrale Elemente. Da hat sich instinktiv jeder Richter und jede Polizistin angesprochen gefühlt. Das ist natürlich bei rechtsradikalen Terrorismus ohne weiteres nicht so. Aber wenn man so ein ganz kleines bisschen um die Ecke denkt, dann ist dieser rechte Terror ja nicht weniger gefährlich für unsere demokratische Rechtsordnung. Denn natürlich wird die ganz genauso erschüttert, wenn Menschen mit Migrationshintergrund oder Menschen jüdischen Glaubens umgebracht werden, als wenn sich der Terror unmittelbar gegen Politikerinnen und Polizisten richtet. Und deswegen denke ich, da muss man einfach eine Sekunde drüber nachdenken und sich sagen, nein, das ist furchtbar, was die tun. Das ist mindestens genauso schlimm, wie das, was wir da in den 70er, 80er Jahren erlebt haben. Und da muss man einfach jetzt auch Entschlossenheit zeigen. Das würde ich mir wirklich wünschen, dass da ein Umdenken einsetzt und dass man insbesondere aufhört mit dieser Kumpanei, die man mitunter, ja jedenfalls von außen feststellen muss. Ich kann in die Köpfe der beteiligten Beamtinnen und Beamten nicht reinschauen. Aber wenn ich diese Demo-Bilder in Chemnitz mir nochmal so in Erinnerung rufe, ja, da ziehen die vorbei mit allen möglichen verfassungsfeindlichen Parolen und Hitlergrüßen. Und da steht dann irgendwie die Polizeikette und gähnt und kaut Kaugummi, ja. Da kriege ich die Vollkrise. Wieso werden diese Leute nicht sofort eingesammelt und jedenfalls einer Feststellung ihrer Personalien unterzogen? Das ist mir schlechthin unverständlich. Und da braucht es einfach, denke ich, gerade bei der Polizei eine eindeutige klare Abgrenzung. Das ist nicht okay. Das sind nicht unsere Leute. Und wie gesagt, jeder Eindruck auch nur von Kumpanei ist da, denke ich, wirklich brandgefährlich. Wie gesagt, damit will ich jetzt nicht die vielen Menschen in den Sicherheitsbehörden angreifen, die sich redlich verhalten, die voll auf dem Boden der Verfassung stehen. Aber es gibt eben Ausnahmen. Es gibt Beamtinnen und Beamte, die offen rechtsradikale Tendenzen zeigen oder jedenfalls so hinter vorgehaltener Hand sowas murmeln. Und die müssen einfach ausgegrenzt werden. Solche Leute können wir nicht gebrauchen in Sicherheitsbehörden. Syrien ist ja in den letzten Monaten etwas aus dem Fokus geraten. Man hätte glauben können, die Lage hätte sich beruhigt. Dem war natürlich nicht so. Aber das wird uns dieser Tage ganz verschärft bewusst, weil die Lage dort dabei ist zu eskalieren. Und wir wollten die Lage jetzt hier mal nutzen, um versuchen, das so ein bisschen auseinander zu dröseln, weil die Akteure ja quasi fast über den ganzen Globus verteilt sind von Ankara bis nach Washington. Also was konkret diese Woche passiert ist, ist die Türkei ist jetzt dieser Tage nach Syrien einmarschiert. Also konkret in den Norden. Erst wurden Luftangriffe geflogen. Dann sind auch Bodentruppen eingerückt. Am Morgen meldete Ankara, seit dem Einmarsch vor drei Tagen seien 277 syrisch-kurdische Kämpfer getötet worden. Ein türkischer Soldat sei getötet worden. Und nach Schätzung der Beobachtungsstelle für Menschenrechte sollen sich bereits 60.000 Menschen auf der Flucht befinden. Weg von den Kämpfen. Wenn die Vereinten Nationen recht haben, dann leben im Nordosten Syriens 1,7 Millionen Menschen. Also da werden sich wahrscheinlich doch weit mehr als diese 60.000 demnächst auf den Weg machen müssen, gezwungenermaßen. Präsident Erdogan, der türkische, der schrieb auf Twitter, Zitat, unser Ziel ist es, den Terrorkorridor, den man an unserer südlichen Grenze aufbauen will, zu zerstören und Frieden und Ruhe in die Region zu bringen. Zitat Ende. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagte, Zitat, erwarten sie nicht, dass die Europäische Union dafür irgendetwas zahlen wird. Er droht auch indirekt mit einem Stopp der EU-Zahlung, die die Türkei für derzeit aufgenommene syrische Flüchtlinge erhält. Das muss man natürlich so ein bisschen einsortieren, was Jean-Claude Juncker da sagt. Also ich meine, im Grunde geht es darum, dass die Türkei völkerrechtswidrig in den Norden Syriens einmarschiert und dort irgendwelche Siedlungen errichten will, um quasi die syrischen Flüchtlinge aus der Türkei loszuwerden. Und für diesen völkerrechtswidrigen Einmarsch und diese quasi Besiedlung fremden Territoriums hätte Herr Erdogan natürlich jetzt gerne EU-Subventionen, um da irgendwelche Camps oder Städte aufzubauen. Und insofern ist es aus meiner Sicht völlig normal, dass Jean-Claude Juncker sagt, du hast doch wohl einen Vogel. Also selbstverständlich werden wir jetzt nicht deinen völkerrechtswidrigen Einmarsch auch noch dadurch sanktionieren, dass wir dir Subventionen gewähren für den Aufbau dieser Gebiete unter türkischer Oberhoheit. Also der Hintergrund, das muss man an der Sache einflechten, Erdogan und die Türkei, die haben über drei Millionen, dreieinhalb Millionen Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen. So viel wie kein anderes Land. Und das ging wohl lange relativ gut. Jetzt steigt aber der Druck in der Türkei, weil es auch nicht ganz einfach ist, so viele Menschen da zu beherbergen. Nicht zuletzt auch wegen des EU-Deals, also Türkei-EU-Deal, wo die EU Geld zahlt, damit die Türkei eben syrische Flüchtlinge aufnimmt. Und dann gerät Erdogan auch innenpolitisch unter Druck, weil er halt ein paar Wahlen verloren hat, die Kommunalwahlen in großen Städten verloren hat. Wichtige Weggefährten haben sich von ihm abgewandt und sind zu politischen Konkurrenten geworden. Also da ist die Motivlage relativ vielfältig, aber es scheint doch so zu sein, dass er mit diesem Einmarsch zum Teil auch von innenpolitischen Problemen ablenken will, um das türkische Volk hinter ihm zu versammeln. Und das andere große Motiv ist dieser Konflikt mit den Kurden. Dazu muss man wissen, diese Kurden, das ist halt ein Volk ohne eigenen Staat. Die leben als große Minderheit in der Türkei, im Irak und eben in Syrien. Und die Türkei betrachtet die Kurden und speziell die PKK, also den militärischen Arm der Kurden, in der Türkei als Terroristen. Die bekämpfen die seit 1984, glaube ich, mit vielen, vielen Opfern und in einem sehr brutalen Krieg. Und nun ist es also so, dass wie gesagt die Kurden auch in Syrien leben. Und die Türkei sieht also diese Miliz, die JPG der Kurden in Syrien ebenfalls als Terroristen. Aber was die Sache also kompliziert unter anderem macht, ist, dass die JPG, also die Kurden in Syrien, sehr großen Anteil daran hatten, dass der IS in Syrien vielleicht nicht endgültig besiegt, aber doch relativ erfolgreich bekämpft worden ist. Der IS, also der sogenannte Islamische Staat. Der sogenannte Islamische Staat, mit Hilfe und auch mit Geld und Waffen aus den USA. Aber ein Großteil der Kämpfe vor Ort haben eben die Kurden gemacht. Und sie waren ein ganz, ganz enger, und ja, waren muss man eigentlich sagen, enger Verbündeter der USA. Aber die Türkei hat sie als Kurden eben als terroristische Vereinigung gesehen. Und deswegen wollten die immer schon sehr, sehr lange in den Norden Syriens einziehen. Also die Karte, die findet ihr übrigens auf eurem Smartphone. Da könnt ihr euch das so ein bisschen angucken. Ja, um das vielleicht so ein ganz kleines bisschen noch in den Kontext zu setzen. Also es gibt eben ja seit Jahrzehnten diesen Konflikt zwischen Türken und der türkischen Terrororganisationen, PKK, jedenfalls ist das die türkische Beschreibung. Ja, dass also die, äh, die Türken beschreiben diese PKK, eine kurdische Organisation als Terrororganisation. Die Kurden selber verstehen ihren Einsatz gegen die Türken allerdings als Freiheitskampf. Das ist also der ganz typische Konflikt. Die Kurden sind eine Minderheit in der Türkei. Sie hätten gerne in einem Teil der Türkei, eben in Kurdistan, eine Autonomie-Region. Ja, manche wollen völlige staatliche Unabhängigkeit. Manche möchten nur ein Autonomiestatut. Aber jedenfalls gibt es da einen Konflikt um die Frage, inwieweit die Kurden da quasi so eine Art Selbstbestimmung einrichten können auf einem Teil des türkischen Hoheitsgebiets. Die Türken unterdrücken diesen Freiheitskampf sehr konsequent und bezeichnen eben die PKK, den bewaffneten Arm, oder den zentralen bewaffneten Arm der Kurden in der Türkei als Terrororganisation. Was, muss man sagen, auch von den meisten westeuropäischen Staaten so geteilt wird. Insofern ist zum Beispiel auch die Unterstützung der PKK in Deutschland eine Straftat. Also ganz viele PKK-nahe Organisationen sind verboten worden als Vereine. Das heißt also, Deutschland steht da, jedenfalls ideologisch sehr weitgehend an der Seite der Türkei in diesem Konflikt. Und auf der, auch quasi auf der anderen Seite der Grenze, im Süden der Türkei, auf syrischem Staatsgebiet, gibt es eben auch eine kurdische Minderheit. Und die haben im Zuge des Krieges in Syrien es geschafft, so ein quasi Autonomiestatut in diesem Norden Syriens einzurichten. Das heißt, die haben so, das ist natürlich kein völkerrechtlich anerkannter Staat, aber die Kurden hatten da jetzt schon einige Monate die Oberhoheit. Und das ist aus türkischer Sicht wiederum eine Provokation, weil die Kurden auf syrischem Staatsgebiet im Prinzip genau das eingerichtet haben, was die Türken auf ihrem eigenen Staatsgebiet um jeden Preis verhindern wollen. Und da geht es also aus türkischer Sicht jetzt darum, im Grunde auch so eine Art Präzedenzfall möglichst zu zerschlagen. Da ist ein kurdischer Staat entstanden auf syrischer Seite. Und aus türkischer Sicht gäbe es jetzt nichts Schlimmeres, als wenn quasi die Kurden auf türkischer Seite sagen würden, na, jetzt wollen wir aber quasi auch einen Teil der Türkei abschneiden. Und dann zum Beispiel mit dem kurdischen Gebiet im Norden Syriens daraus einen Kurdenstaat bauen. Das wäre aus kurdischer Sicht sicherlich attraktiv, aus türkischer Sicht aber der Worst Case. Und deswegen gibt es für Erdogan und seine Leute einfach ein ganz starkes Interesse daran, diesen quasi-Kurdenstaat im Norden Syriens von vornherein zu zerschlagen. Und Erdogan hat, wie gesagt, schon seit August oder eigentlich noch länger gefordert und angedroht, dass er dort einmarschieren wird. Zurückgehalten haben ihn vor allen Dingen die USA, genauer gesagt US-Truppen, die halt genau in dem Norden Syriens an der Grenze zur Türkei stationiert waren, weil die eben die PKK vielleicht schon als Terrororganisation sehen, aber die JPG, also die Kurden in Syrien keinesfalls als eine Terrororganisation betrachten, sondern als ihre engsten und sehr engen Verbündeten in Syrien, weil sie eben massiv dabei mitgeholfen haben, den IS zu bekämpfen. Und deswegen waren also bis zuletzt da rund 2000 Soldaten, US-Soldaten in Syrien stationiert. Und im Dezember hat Trump dann sehr, sehr plötzlich angekündigt, die ziehen wir ab, wahrscheinlich auch aus Wahlkampferwägungen, weil er versprochen hatte, aus diesen ganzen Kriegen sich zurückzuziehen. Alle waren entsetzt, seine Berater und im Pentagon. Und die Berater und diese Militärs haben dann diesen Abzug verschleppt, muss man sagen, so dass Ende März, also vor einem halben Jahr ungefähr, noch 1000 Soldaten in Syrien stationiert waren. Und die haben im Kern laut New York Times so drei Aufgaben gehabt. Also das erste war Puffer zu Erdogan. Also sie waren halt da stationiert, um zu verhindern, dass Erdogan nach Syrien einmarschiert und gegen die Kurden vorgeht. Die zweite Aufgabe der US-Soldaten war da eben, den Kurden beim Kampf gegen IS-Nester und Netzwerke zu helfen. Die gibt es nämlich immer noch. Und es gibt Anzeichen dafür, dass sich der IS, der sogenannte Islamische Staat da in Syrien, wieder sammelt und neu aufstellt. Und die dritte Aufgabe war, dass die Kurden dabei helfen, rund 11.000 IS-Gefangene in alten Schulen und Lagern zu bewachen. Das sind plus minus 11.000 IS-Kämpfer, die dort gehalten werden. Einige davon aus Europa. Und das ist eine große Aufgabe. Die US-Soldaten haben da halt geholfen, diese Gitter vor die Fenster zu machen und quasi die Kurden dabei zu unterstützen, diese ganzen Tausenden von Gefangenen zu bewachen. Das waren die drei Aufgaben, die die US-Soldaten hatten. Und nun ist es also so, dass Erdogan Trump diese Woche angerufen hat, am Montag, und sagte, du, sag mal, mir reicht es ehrlich gesagt, ich würde da gern einmarschieren. Ich übernehme den Kampf gegen den IS. Ihr seid dann da raus. Ihr spart Geld. Und laut New York Times hat Trump gesagt, okay, do it. Und hat angefangen, schon Anfang dieser Woche, Soldaten aus diesem Bereich abzuziehen. Mit anderen Worten, im Grunde hat Donald Trump mehr oder weniger eindeutig Erdogan grünes Licht gegeben für diesen Einmarsch. Ja, de facto. Also laut New York Times hat er gesagt, ja, ist okay. Motive kann man nur raten. Er hat, wie gesagt, im Wahlkampf versprochen, sich aus diesen Kriegen zurückzuziehen. Donald Trump ist ja auch immer sehr wichtig, was mit dem Geld passiert. Und alles, was teuer ist, das ist doof. Und solche Kriege kosten halt Geld. Also gab es eine ganze Menge Motive, hat er gesagt, ja, macht. Und die Reaktion war verheerend. Also selbst engste Verbündete im Kongress und seiner Berater und die Militärs haben gesagt, das können wir nicht machen. Wir verraten die Kurden. Die haben uns geholfen, gegen den IS zu kämpfen. Wir werden nie wieder Verbündete finden, wenn wir sie danach einfach so hängen lassen. Nicht nur hängen lassen, sondern letztlich Erdogan überlassen. Also in den ersten drei Tagen sind 277 Kämpfer nach türkischen Angaben schon ums Leben gekommen. Und die Befürchtung ist jetzt halt, dass der Krieg zwischen der Türkei und den Kurden aufflammt. Das ist ja schon passiert im Grunde. Das ist schon passiert, ja. Dass die Türkei aber nicht, wie sie angibt, in der Lage ist, das, was sich da an islamischem Staat wieder sammelt, in Schach zu halten. Die Befürchtung ist, dass die Kurden sehr, sehr düsteren Tagen entgegenblicken. Sie fühlen sich natürlich total verraten. Nie wieder wird jemand den USA helfen. Ist schon gar nicht in dieser Region. Dann ist die Befürchtung, dass die Kurden eben aufgefressen werden von diesem Krieg mit der Türkei und keine Ressourcen mehr haben, um a, sich um den IS zu kümmern und b, sich auch um die ganzen Kämpfer zu kümmern, die da gefangen gehalten werden. Sprich, die könnten entkommen, den IS wieder stärken. Und außerdem könnten Iran, auch Syriens Präsident Assad und Russland das Machtvakuum nutzen, was da eben jetzt entsteht. Also da ist unglaublich viel Unsicherheit und Druck auf diesen Kessel gekommen. Ja, und vor allem, man kann diese Maßnahme von Donald Trump einfach nicht so richtig begreifen. Denn das sind ja jetzt alles keine Überraschungen, die da jetzt eingetreten sind. Sondern es ist im Grunde fast schon wie so ein Uhrwerk. Wenn einmal ein Rädchen in diese Richtung dreht, dann bewegt sich das andere Rädchen in die andere Richtung. Das hängt alles mit allem zusammen. Aber was da jetzt geschehen ist, war weitgehend vorhersehbar. Nicht umsonst hatten ja auch die Berater von Donald Trump selber diesen Abzug intern immer abgelehnt und haben das jetzt auch über Monate verschleppt. Aber inzwischen ging das offensichtlich nicht mehr. Also klar, wenn natürlich der Oberbefehlshaber eine klare Anweisung gibt, dann müssen die Militärs irgendwann springen. Aber das finde ich schon wirklich extrem unverantwortlich, wie Donald Trump da handelt. Und auch so ein Stück weit unverständlich. Denn klar, es waren noch tausend Soldaten da. Aber das ist ja im Vergleich zu den vielfältigen Engagements der Vereinigten Staaten in der Nahostregion sind das ja mehr oder weniger Peanuts. Also dass er diese Leute da nicht hat weiter stationieren lassen wollen, ist mir persönlich nicht so richtig verständlich. Also nach außen markiert Donald Trump ja jetzt quasi klare Kante gegenüber Ankara und äußert sich auch auf Twitter da in einer außerordentlich bestimmten Weise. Also droht der Türkei, wenn sie da im Norden Syriens einmarschieren, mit harten Konsequenzen. Ja, da muss man mal im O-Ton zitieren gleich. Aber so richtig überzeugend ist es nicht. Also dieser O-Ton, den Donald Trump da auf Twitter losgelassen hat, ist schon wirklich interessant. Und da schreibt er nämlich, Philipp. Also Zitat, wie ich schon zuvor gesagt habe und hier wiederhole, wenn die Türkei irgendetwas unternimmt, das ich in meiner großen und unvergleichlichen Weisheit als Grenzüberschreitung bewerte, werde ich die türkische Wirtschaft vollständig zerstören und auslöschen, wie ich es schon einmal getan habe. Zitat Ende. Also da redet ein Wahnsinniger. Dieser Tweet ist wirklich einfach nicht mehr anders zu verstehen. Ich in meiner großen und unvergleichlichen Weisheit. Also da weiß man nicht mehr so richtig, was man dazu sagen soll. Aber ich meine, damit markiert Donald Trump ja eine ganz harte Linie gegenüber Ankara. Nach außen. Aber nach innen oder de facto hat der Ankara ja im Grunde erst diesen Einmarsch in Syrien ermöglicht. Und ich persönlich. Ich glaube, er ist überrascht worden. Ich glaube, er hat sich verzockt. Meine These dazu ist, ihm war das egal. Er hat auf die Kosten geguckt. Er hat keine Ahnung, was die Soldaten da machen in Syrien, was da vor sich geht. Durchblickt er im Kern nicht. Er hat gesagt, wir sind da raus, weil ihn sein Body angerufen hat. Und dann war er, glaube ich, erschüttert, dass wirklich engste Verbündete, die ihm sonst wirklich auf dem Schleim hinterherrutschen, gesagt haben, das können wir nicht machen. Wir verraten die Kurden. Das ist gegen unsere nationalen Interessen. Also der Gegenwind ist ganz, ganz erheblich. Und ich glaube, er versucht da ein bisschen sich in Schadensbegrenzung. Aber ich glaube, dass, wie sagt man so, der Zug ist aus dem Bahnhof. Das Kind ist ausgeschüttet. Und die Türkei ist in Syrien einmarschiert. Und ich glaube, die werden da so schnell nicht wieder rausgehen. Und der Schaden ist angerichtet. Und man kann jetzt wirklich nur voller Schrecken abwarten, was da so passiert. Ich glaube, Deutschland, Maas, Außenminister haben ja auch appelliert, an die Türkei da wieder rauszugehen. Das interessiert die relativ wenig. Keine Ahnung. Aber wenn wir uns fragen, woher die Flüchtlinge kommen. Ja, da haben wir die Antwort. Da haben wir die Antwort. Ja, und natürlich auch ein großes Sicherheitsproblem. Denn also diese 11.000 IS-Kämpfer, plus minus, die die Kurden bislang inhaftiert hatten, die werden ja jetzt nicht mit einmal alle zufriedenstäubchen, nur wenn sie da freigelassen werden. Mit anderen Worten, da kann man sich schon fragen, wie viele von denen sich dann über die Türkei und die Balkanroute nicht mittelfristig auch in Mitteleuropa wiederfinden. Das ist halt also auch ganz konkrete Auswirkungen auf die innere Sicherheit in der Europäischen Union zum Beispiel. Also jenseits der ganzen humanitären Probleme, die da jetzt auf uns zukommen. Ja, und jetzt haben wir natürlich das Problem, dass in Europa und Deutschland speziell auch deswegen so ein bisschen die Hände gebunden sind, weil sie natürlich sehr von der Türkei abhängig sind. Stichwort Türkei-Deal. Stichwort Türkei-Deal. Also die Türkei haben, wie gesagt, dreieinhalb Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen. Ein Teil davon wäre sicherlich nach Europa gekommen, wenn es diesen Deal nicht gäbe, in dem Deutschland und Europa der Türkei Geld zahlen, damit sie diese Flüchtlinge unterbringen können. Wenn die jetzt sagen, mach mal hier und mach mal da und geh mal raus, sind sie zumindest leicht unter Druck zu setzen. Also man muss schon einfach sagen, Donald Trump hat wieder enorme Kollateralschäden angerichtet, bei ehrlich gesagt völlig unklarer eigener Interessenlage. Also vergleichsweise überschaubare finanzielle Einsparungen im US-Militärbudget fallen einem da ein. Sonst nicht viel, aber die außenpolitischen Folgen sind dramatisch. Und also da, meine persönliche Meinung ist, da macht jemand einfach seinen Job nicht. Denn auch aus Sicht der Vereinigten Staaten ist es ja eine ziemliche Katastrophe. Du hast eben die Konsequenzen für das Vertrauen in die Vereinigten Staaten schon angesprochen, Philipp. Man steht so ein bisschen fassungslos davor. Nicht zum ersten Mal, aber immer wieder. Na, apropos fassungslos. Ich weiß, Philipp, du bist ein großer Freund von gequetschten Überleitungen. Aber hier passt es doch sehr schön. Wir gucken nach London. Was tut sich denn da in Sachen Brexit, Philipp? Da muss man sagen, ist es ja nach wie vor so, dass der Brexit eigentlich am 31. Oktober stattfinden soll. Dieser Woche zeichnet sich dadurch aus, dass ein Noldeem-Brexit, würde ich sagen, noch ein Stück wahrscheinlicher geworden ist. Also ein Brexit ohne Vertrag über die zukünftigen Beziehungen zwischen EU, EU-Mitgliedstaaten und dem Vereinigten Königreich. Zur Erinnerung, wie gesagt, 31. Jahrzehnte soll eigentlich Schluss sein. Die Bombe tickt. Streit gibt es vor allen Dingen darum, dass in dem Vertrag, den Theresa May mit der EU ausgehandelt ist, ein Backstop drin steht. Das Ziel ist, dass eben keine Grenze entstehen soll zwischen Irland, was ja auf jeden Fall EU bleiben wird und Nordirland, was dann beim Brexit mit dem Vereinigten Königreich aus der EU ausscheiden würde. Und die Methode, die da eben vorgesehen ist, dass das Vereinigte Königreich so lange in einer Zollunion mit der EU bleibt, bis eben ein Handelsabkommen in ein paar Jahren dann irgendwann abgeschlossen ist und so eine Grenze also zwischen Irland und Nordirland vermieden wird. Das kann natürlich dauern. Die Briten fürchten, wir werden da gar nicht rauskommen, sondern für immer in dieser Zollunion hängen. Da fühlen sich die Brexiteers um ihren Brexit betrogen. Das ist also ein ganz zentraler Knackpunkt in diesen Verhandlungen, die laufen. Die Verhandlungen müssen jetzt aber eigentlich bis Freitag zum Ende kommen, weil die Mitgliedstaaten der EU verlangen, dass sie bis zum 17. und 18. Oktober, wenn der Gipfel stattfindet. Das ist der nächste Donnerstag? Das ist der nächste Donnerstag, dass sie da ein Rechtssex einfach vorliegen haben, den sie beraten können. Ja, Hintergrund ist, selbst wenn in solchen Verhandlungen eine Einigung zustande kommt, ist das ja immer zunächst mal eine politische Einigung. Da gibt es dann irgendein Dokument mit ganz vielen Stichworten. Und das muss dann ja noch übersetzt werden in Rechtstexte. Und das ist extrem kompliziert. Das heißt also, selbst wenn man sich eigentlich geeinigt hat, muss ja irgendwer das Ganze dann noch in eine Form gießen, die man dann zum Beispiel am Parlament zur Beratung vorlegen kann oder auch den Regierungen der Mitgliedstaaten. Deswegen entsteht da enormer Zeitdruck. Und außerdem muss man ja sagen, wie gesagt, Ticking-Bomb-Szenario. Der Brexit würde Ende Oktober eintreten, wenn nicht noch irgendwas passiert. Aber Philipp, ist ja nicht eigentlich Boris Johnson verpflichtet durch den Beschluss seines Parlaments, um eine Verschiebung des Brexit nachzusuchen, wenn kein Deal zustande kommt? Wenn es bis zum 19. Oktober keinen Deal gibt, keinen Austrittsabkommen. Also bis nach diesem nächsten Gipfel? Nach diesem nächsten Gipfel. Dann ist Johnson laut Gesetz dazu verpflichtet, die EU um eine Verschiebung des Brexits zu bitten. Das heißt also, das UK steuert auf den nächsten Verfassungskonflikt zu. Wenn jetzt, wie sich das jedenfalls Stand heute abzeichnet, keine Einigung erzielt werden kann, muss Boris Johnson jetzt in einer Woche im Grunde handeln und in Brüssel um eine Verschiebung bitten. Und wenn er das nicht tun würde, dann wäre der Verfassungskonflikt manifest. Dann wäre der Verfassungskonflikt da. Er hat jetzt aber noch mal im britischen Fernsehen gesagt, dass er das Gesetz befolgen würde. Er hat es nicht im Fernsehen gesagt, Entschuldigung, er hat es von einem schottischen Gericht gesagt, dass er dieses Gesetz befolgen würde, wenn am 19. also kein Deal vorliegt, dass er um eine Verschiebung bitten würde. Das ist natürlich alles recht schwer in einen Kontext zu bringen, weil er nämlich heute oder diese Woche mit Angela Merkel telefoniert hat. Und was genau die beiden besprochen haben, das wissen wir nicht, weil das Kanzleramt dazu schweigt. Aber die britische Regierung sagt, Merkel habe deutlich gemacht, dass ein Abkommen unwahrscheinlich sei. Großbritannien könne nur mit Deal die EU verlassen, wenn Nordirland dauerhaft in der Europäischen Zollunion und im Binnenmarkt bleibe. Also so stellt es die britische Regierung dar, als wenn quasi Angela Merkel Bedingungen für einen solchen Deal aufgestellt habe, wozu man sagen muss. Die britische Regierung stellt das so dar, als hätte Merkel die finstersten Befürchtungen der Brexiteers bestätigt, nämlich dass Nordirland dauerhaft in der Europäischen Zollunion bleiben müsste. Und im Binnenmarkt. Also nicht Irland, das ist sowieso klar. Aber Nordirland. Wie gesagt, Kanzleramt dementiert das nicht, aber das wäre sozusagen der Albtraum der Brexiteers. Und die britische Regierung sagt, wenn das eine neue etablierte Position ist, dann bedeutet das, dass das Abkommen prinzipiell unmöglich wird. Und das nicht nur jetzt, sondern für immer. Weil das einfach aus britischer Sicht eine unanlehnbare Forderung wäre. Richtig. Also Merkel wird da in die Schuhe geschoben, dass sie den Albtraum der Brexiteers zur Regel erklärt hat, nämlich dass Nordirland immer in dieser Zollunion bleiben wird und de facto entweder das Vereinigte Königreich nie ganz rausgeht oder Nordirland eben drin bleibt und damit das Vereinigte Königreich getrennt wäre. Also der absolute Albtraum der Brexiteers. Wobei das ja nicht neu ist. Das muss man bei dem Ganzen ja immer sagen. Also dass eine solche Zollgrenze vermieden werden soll, ist ja im Grunde die Brüsseler Verhandlungsposition seit dem Beginn der Brexit-Verhandlung. Das stimmt. Aber wenn ihr unterstellt wird, dass sie gesagt hätte, Nordirland muss dauerhaft in der Europäischen Zollunion bleiben, nur dann könne Großbritannien die EU mit einem Deal verlassen. Weißt du, das ist ja schon nochmal was anderes. Das heißt ja, die offizielle EU-Position ist ja nicht dauerhaft, sondern die heißt vorerst. Ja, bis zu einem Handelsabkommen. Wobei aber niemand weiß, wie ein solches Abkommen aussehen soll. Das es ermöglicht, dass nur ... Also man muss schon ganz ehrlich sagen, eigentlich ist das nur quasi, dass man mal ausspricht, was eigentlich alle wissen. Also diese Theorie, wir lassen das mal übergangsweise, bis wir ein Handelsabkommen haben, die haben wir ja auch in der Lage schon ganz oft besprochen. Und da haben wir schon sehr häufig gesagt, und ich glaube, das ist auch bis heute richtig, es gibt eigentlich von niemandem eine klare Idee, wie sowas aussehen könnte. Mit anderen Worten, ja, es ist natürlich eine Zuspitzung, wenn man das jetzt Angela Merkel als ultimative Forderung in den Mund legt. Ja, aber im Kern ist es nichts Neues. Im Kern ist es im Grunde einfach nur ein psychologisch geschicktes Manöver. So eine Art, wie sagt man so schön, ein Blame Game. Also man sucht so ein bisschen den schwarzen Peter hin und her zu schieben. Also, ich würde so sagen, die offizielle Position ist ja, dass Nordirland so lange in der Zollunion bleibt, bis es ein Handelsabkommen gibt. Das kann dauern, aber es ist schon noch was anderes, als wenn man sagt, Nordirland wird dauerhaft in dieser Zollunion bleiben. Anyway, ob das Merkel so gesagt hat, wir wissen es nicht. Donald Tusk hat geantwortet, der Präsident des Rats der EU, also der Runde der Regierungschefs. Und er sagt, hey Boris Johnson, what's at stake is not winning some stupid blame game. Also, um was es hier geht, ist nicht irgendein schwarze Peter-Spiel zu gewinnen, sondern at stake is the future of Europe and the UK and as well the security and interests of our people. You don't want a deal. You don't want an extension. You don't want to revoke. Quo vadis. Also, du willst keinen Deal. Du willst keine Verlängerung. Du willst auch den Brexit nicht widerrufen. Wohin willst du? Wohin gehst du? Und das ist die Frage. Und ich würde denken, Doris Johnsons Plan ist relativ klar. Er hat jetzt die Tories zu so einer Brexit-Partei umgebaut. Er verspricht öffentlich, es wird den Brexit geben, no matter what, kein Deal, mir egal, wir sind am 31. raus. Und jetzt sind die Deutschen schuld, weil Angela Merkel gesagt hat, Nordirland müsste dauerhaft in der Zollunion bleiben. Und das geht ja gar nicht. Und dann ist auch völlig klar, warum wir hier nicht weiter verhandeln können. Und dann wird er also rausgehen und er will die Wahlen gewinnen als quasi Brexit-Partei. Die Wahlen, die dann danach zwangsläufig anstehen. Und wahrscheinlich hätte er sogar ganz gute Chancen, diese Wahlen zu gewinnen. Die Frage ist so ein bisschen, wie das zusammenpasst mit der Äußerung vor dem Gericht, dass er dieses Gesetz befolgen will. Dass er sagt, okay, wenn es bis zum 19. kein Deal gibt, dann werde ich um eine Verlängerung bitten. Einerseits öffentlich, aber immer sagt, wir werden rausgehen, wir werden rausgehen, wir werden rausgehen, wir werden rausgehen. Das ist mein Versprechen. Wir sind am 31.10. raus. Er wird sich halt inszenieren als Opfer einer fiesen Intrige von EU, von Deutschland, von den Brexit-Gegnern, von sonst wem, vom Parlament. Und wird so tun, als wenn er der einzig wahre Brexit-Befürworter und Brexit-Vorkämpfer sei, der ja gerne ausgetreten wäre. Klammer auf, deswegen diese ständigen Beteuerungen, Klammer zu, der aber von finsteren Mächten daran gehindert wird. Und das ist natürlich ein wunderbarer Spin, mit dem er dann in den Wahlkampf gehen kann. Ich glaube, so wird das funktionieren, dass er in kleineren Kreisen, wenn es gar nicht anders geht, sagt, ja, ich werde mich dran halten. Nach außen aber bei jeder Gelegenheit, bei jeder Kamera sagt, wir werden rausgehen, wir werden rausgehen, wir werden rausgehen. Und die Leute den Eindruck haben, der will wirklich raus. Und am Ende, wenn er doch nicht rausgeht, werden sie ihm glauben, seiner Propaganda, dass es nicht in seiner Macht steht, sondern dass er Opfer finsterer Mächte ist. EU, Gerichte, Parlament. Ich glaube, so wird es laufen. Ja, so viel zum Thema London. Wir gehen zurück nach Berlin. Denn dort hat sich die Große Koalition in den vergangenen Tagen auf nächste Schritte geeinigt, um ihr Versprechen umzusetzen, tatsächlich ein Klimapaket auf den Weg zu bringen. Wir hatten in den letzten Lagefolgen schon darauf hingewiesen, wo die Defizite dieses Klimapakets liegen könnten. Philipp, wie sieht es denn aus? Hat die Bundesregierung da noch mal nachgelegt? Oder die GroKo in ihren Beratungen? Oder was ist da jetzt vorgelegt worden? Ja, sie hat das, was wir kritisiert haben, sogar zum Teil noch abgeschwächt. Dazu kann man gleich noch kurz was sagen. Also nur zunächst vielleicht zur Erklärung. Das Klimapaket wurde jetzt im Kabinett, also in der Regierung verabschiedet. Und dieses Klimapaket, das besteht ja aus zwei Komponenten. Da gibt es zum einen das Klimaschutzprogramm. Und dieses Klimaschutzprogramm ist mehr oder weniger eine ausformulierte Liste dieser ganzen Vorhaben, die wir auch in den letzten Lagen besprochen haben. Also wie Deutschland dieses Ziel, sein Klimaziel erreichen will, bis 2030 55 Prozent weniger CO2 verglichen mit 1990. Wie soll das eigentlich gehen? Das reicht dann vom CO2-Preis bis zum Umgang mit diesen fossilen Heizungen. Das steht also in diesem Klimaprogramm. Diese Programmpunkte müssen aber noch in Gesetze gegossen werden, was in diesem Jahr aber noch passieren soll. Und auch das zweite Fuß dieses Klimapakets, das ist das Klimaschutzgesetz. Das ist schon ein Gesetz, das jetzt in den Bundestag gehen kann. Und dieses Gesetz legt fest, wie viel die einzelnen Sektoren von Verkehr, Landwirtschaft, Wohnen, Gebäude etc. zwischen 2020 und 2030 einsparen müssen, beziehungsweise nur noch ausstoßen dürfen. Da gibt es also Oberziele. Und das ist auch in diesem Klimaschutzgesetz festgelegt, was passieren soll, wenn sie sich nicht dran halten und wie das kontrolliert wird. Okay, das ist das Klimaschutzgesetz. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, ist das ja das Einzige, was wirklich belastbar ist. Denn ein Klimaschutzprogramm ist ja im Prinzip nur so eine letztlich unverbindliche Absichtserklärung. So eine Art Koalitionsdeal, aber niemand kann sich darauf berufen. Und was würdest du denn denken, ist denn dieses Klimaschutzgesetz jetzt tatsächlich die Umsetzung der Einigung von vor zwei, drei Wochen? Oder ist es nachgeschärft worden? Oder ist es sogar noch lascher als das, was ursprünglich mal verkündet wurde? Also sagen wir mal so, das Klimaschutzgesetz regelt ja, wie gesagt, wie viel jedes Ministerium oder jeder Sektor, für das dann ein Ministerium zuständig ist, ausstoßen darf. Das wurde etwas abgeschwächt. Nochmals abgeschwächt? Ja, es wurde insofern abgeschwächt, als dass zwar jedes Ministerium oder jeder Sektor, Verkehr, Landwirtschaft etc., eine bestimmte Menge bekommen soll, die der Sektor bis 2030 ausstoßen darf oder jedes Jahr ausstoßen darf. Und ein Expertenrat überprüft dann jährlich, ob sich das Ministerium daran hält, ob es die Ziele erreicht. Und wenn es die Ziele wahrscheinlich nicht erreicht, beziehungsweise der Minister das nicht hinkriegt, dann muss der Minister die Ministerin Ansagen machen, wie sie das denn in Zukunft hinkriegen wollen. Sanktionen sind da erstmal nicht angedacht. Was aber neu ist, ist, dass diese Ministerien sich gegenseitig ausgleichen dürfen. Also wenn Verkehr seine Ziele um 10 Millionen Tonnen reißt, Landwirtschaft seine Ziele aber um 10 Millionen unterschreitet, dann dürfen die sich das sozusagen ausgleichen. Und unterm Strich muss dann das Richtige stehen. Das klingt ein bisschen nach Kuhhandel. Ich finde das aber insofern gar nicht schlecht, weil auch ja so Ökonomen sagen wie Edenhofer, Ottmar Edenhofer vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Das kann durchaus Sinn machen, weil es sehr teuer ist, beispielsweise im Verkehr eine CO2 einzusparen. Und wenn es denn in der Landwirtschaft oder sonst wo schneller geht, billiger ist, dann ist das okay. Auch wenn das nach außen sich vielleicht ein bisschen schwer verkauft. Problematischer finde ich eigentlich, dass es keinerlei Sanktionen gibt, sondern die Ministerin müssen halt sagen, wie sie das Ziel dann im nächsten Jahr vielleicht erreichen wollen. Und da setzt die Bundesregierung schlicht auf öffentlichen Druck. Also so öffentlicher Pranger, so dieses Ministerium, diese Ministerin hat es nicht geschafft. Wie unfähig sind die denn? Plus auf die EU, weil die EU ja in der EU festgelegt wurde, dass auch für Emissionen, die nicht im europäischen Emissionshandel abgedeckt sind, sondern für Landwirtschaft, Verkehr etc. Es Grenzen gibt. Und wer diese Grenzen national nicht einhält, der muss sich Verschmutzungszertifikate von anderen europäischen Ländern einkaufen. Und das kann viele, 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 viele Milliarden kosten. Und das will die Bundesregierung angeblich vermeiden. Und deswegen setzt sie halt auf die EU, dass es da Druck gibt, um diese Kosten zu vermeiden. Ja, aber wenn man natürlich ganz ehrlich ist, Philipp, dann scheint sich doch an den Grundlagen der doch breiten öffentlichen Kritik, die wir ja auch in der Lage aufgegriffen haben, wenig geändert zu haben, oder? Also jedenfalls die Ziele sind ja nicht in irgendeiner Art und Weise ambitionierter geworden als das, was wir letztes Mal in den Blick genommen haben, oder? Nein, also es ist fast noch ein bisschen aufgeweicht worden. Also so 2025 sollen Ziele festgelegt werden, wie es denn nach 2030 weitergehen soll. Und in dem Klimaschutzgesetz heißt es, langfristig verfolgt die Bundesregierung das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2050. Ja, langfristig wird wohl nicht reichen fürchtig, oder? Langfristig, genau. Und verfolgt das Ziel ist dann schon auch was anderes, als wir werden 2050 klimagazneutral sein. Also zwar immer noch Klimagase ausstoßen, aber genauso viele eben dann aus der Luft rausholen, wie auch immer, also unterm Strich neutral sein. Also das... 2050. 2050, das wird wohl nicht reichen. Also jedenfalls, wenn man die Berechnungen zugrunde legt, die da im Pariser Abkommen angestrebt worden sind, oder zugrunde legt worden sind vielmehr, dann müsste man doch eigentlich die Neutralität bis 2030 eigentlich erreichen. Ja, man müsste, das ist ja auch viele Forderungen von Fridays for Future und der Extinction Rebellion, auf die wir auch noch zu sprechen kommen, sagen ja, wir müssen das viel eher sein. Das, wie gesagt, an der Kritik hat sich nichts geändert. Und auch an dem Klimaschutzprogramm, also an den weitergehenden Punkten vom CO2-Preis, der zu niedrig ist, da hat sich eigentlich nicht viel geändert. Da sind auch noch, du hast es gesagt, viele Fragen offen, also für Autos zum Beispiel, die mehr als 95 Gramm CO2 je Kilometer ausstoßen, soll die Kfz-Steuer steigen, um wie viel, das ist noch offen. Es wurden auch die Ausbauziele für erneuerbare Energien zum Teil nochmal gesenkt. Flüge sollen teurer werden, wie genau, auch das ist noch offen. Wie gesagt, das will die Bundesregierung bis Ende des Jahres noch in Gesetze gießen. Also die Kritik bleibt eigentlich erhalten, finde ich. Es ist zu mutlos, viele Sachen fehlen. Und die Subventionen haben wir angesprochen, gibt es auch gleich nochmal ein bisschen Feedback. Ich war diese Woche auch nochmal auf einer Veranstaltung, wo auch nochmal klar wurde, was die Bundesregierung hätte alles machen können. Da war Martin Faulstich, der ist Professor für Umwelt- und Energietechnik an der Technischen Universität in Klaustal. Und der war mal Vorsitzender des Sachverständigenrats für Umweltfragen, also einer der führenden Berater, Regierungsberater für diese Fragen. Und der hat moniert, dass zum Beispiel in diesem Klimapaket überhaupt nicht davon die Rede ist, dass wir mal anders mit unseren Rohstoffen umgehen und unsere Produktion von Gütern ändern. Er sagt, heute beispielsweise werden nur 15 Prozent der importierten Primärrohstoffe, also zum Beispiel Öl, ersetzt durch recycelte Materialien. Und er sagt, wenn wir zum Beispiel gesetzlich vorschreiben würden, dass neue Produkte vom Staubsauger übers Auto bis zum Windrad 15 Prozent recycelte Materialien enthalten müssen, dann ließe sich enorm viel CO2 einsparen. Ja, in CO2-Äquivalenten, das ist nämlich ganz wichtig, sind es so etwa 60 Millionen Tonnen pro Jahr. Jetzt werden manche sagen, wir haben 900 Millionen Tonnen, die wir jedes Jahr emittieren. Die sinken aber und diese 60 Millionen Tonnen, die kann man jedes Jahr heben. Also er sagt, 800, 900 Millionen Tonnen sind es heute jedes Jahr, werden aber dann weniger werden in den laufenden Jahren diese 60 Millionen Tonnen, die sich durch mehr recyceltes Material jedes Jahr einsparen ließen. Die blieben aber bei 60 Millionen. Das heißt, der Anteil an der Gesamteinsparung, der würde immer größer werden. Das sind alles so Sachen, die sind kompliziert im Detail. So eine Quote zu berechnen ist kompliziert. Gibt auch jetzt nicht für jedes Primärrohstoff ein Ersatzmaterial aus recyceltem Material. Aber davon steht überhaupt nichts in diesen Klimapaketen. Deswegen würde ich sagen, ungenügend. Aber es ist halt auch eine Frage der Perspektive. Du kannst sagen, aus Perspektive der Regierung, aus einer Mitte-Perspektive, aus einer Regierungsperspektive, kannst du sagen, die GroKo hat bewiesen, dass sie Politik machen kann. Ja, irgendeine Politik. Also jetzt nicht gemessen an irgendwelchen Zielen, aber sie macht halt einfach irgendwas. Sie macht halt was. Sie trifft eine Entscheidung. Sie bringt Gesetze durch. Die Ministerien sind jetzt verantwortlich. Ein Klimaziel ist erstmals gesetzlich verankert. Es wird ein CO2-Preis eingeführt, auch wenn er viel zu niedrig ist. Und Svenja Schulze, die Umweltministerin, verkauft das ja auch so als ein Einstieg in den Ausstieg aus der Kohlenstoffwirtschaft. Damit bekommt Klimaschutz jetzt endlich verbindliche Regeln. Er wird praktisch gesetzt. Und das ist sehr gut. Es wird jetzt so sein, jeder einzelne Bereich hat ein Ziel. Diese Ziele werden kontrolliert. Und wir werden das alles so machen, dass es für die Menschen planbar ist. Man weiß, wie das in den nächsten Jahren vorwärts geht. Aber auch niemand überlastet wird. Das sagt sie im Morgenmagazin. Aber das ist sozusagen die Mitte-Regierungs-Binnen-Perspektive. Aber von außen betrachtet, global und gemessen an dem, was die Wissenschaft fordert, würde ich sagen, ist es zu wenig. Und ich finde auch, wenn man selbst, wenn man Politik als die Kunst des Machbaren betrachtet und so, es wäre mehr machbar gewesen, glaube ich. Es wäre mehr machbar gewesen. Also das kann man jedenfalls nur hoffen. Aber das Problem ist halt dabei, dass beide Parteien in der großen Koalition zwar natürlich gerne den Klimaschutz auf großen Plakaten vor sich her tragen. Aber wenn es dann so zum Schwur kommt, also gerade die Union, Philipp, du hast es im Vorgespräch gesagt, die Union empfindest du ja doch als ziemlich heuchlerisch hier. Ja, wir haben das ja auch damals gesagt, als vor den Europawahlen und nach den Bayerischen Kommunalwahlen, weißt du, die CSU sich überschlug mit Umwelt- und klimapolitischen Initiativen. Ja, unter dem Eindruck der Umfrageergebnisse für die Grünen natürlich. Ja, genau. Weil die Grünen so gut waren und so viele gute Umfragen hatten. Und wir haben auch damals schon gesagt, hey, warum nicht? Erkenntnis kommt spät. Aber wenn sie es dann umsetzen, voila. Ja, und jetzt siehst du aber, es ist mehr oder weniger Quatsch. Weil wenn es zum Schwur kommt, dann ist die Union wie die Union. Ja, das ist so. Das würde ich auch so einschätzen. Es werden letztlich wirklich wirksame Klimaschutzmaßnahmen weitgehend blockiert. Wir haben in den letzten Folgen ausführlich darüber gesprochen, wie schwach die Anreizwirkung ausfallen wird. Und dieser öffentliche Protest der letzten Wochen hat jetzt ja auch gerade nicht dazu geführt, dass nochmal nachgeschärft worden wäre. Jedenfalls nicht bei dem Klimaschutzgesetz, das jetzt schon vorliegt. Wir haben es gerade dargestellt. Das ist ja im Prinzip vor allem eine Verantwortungsaufteilung. Also jedes Ministerium muss jetzt so ein bisschen was tun. Aber ob das dann wirklich passiert, wir werden sehen. Da gibt es keine Sanktionsmechanismen, nur öffentlichen Druck. Also da muss man sehen, finde ich, dass die Union da nicht besonders geliefert hat, gemessen an diesen Bekenntnissen, Philipp, die du gerade zitiert hast. Ich finde aber, zur Fairness gehört zu sagen, dass die SPD sich ja nicht besser verhalten hat. Also zum Beispiel die 10 Prozent pro Tonne Kohlenstoffdioxid-Emissionen, die jetzt im Gesetz stehen als Einstiegspreis. 10 Euro. Ja, genau, die 10 Euro. Was habe ich gesagt? 10 Prozent. Ach so, die 10 Euro pro Tonne CO2, die gehen ja jedenfalls nach Information des Spiegel tatsächlich maßgeblich auf die SPD zurück. Also die Union hätte wohl etwas mehr noch gemacht. Man weiß das nie. Das sind ja letztlich Geheimdiskussionen gewesen zwischen den Koalitionsfraktionen. Aber der Spiegel meint, das sei im Kern die SPD gewesen, die sich gefürchtet hätte, quasi ihrer Klientel, also den sozial etwas schlechter gestellten Menschen, zu viel zuzumuten. Und ich finde, das zieht sich so durch. Beide Blöcke in der Großen Koalition haben als zentrales Ziel ausgegeben, nicht etwa den Klimaschutz, sondern die Leute dürfen nicht überlastet werden. Das ist immer so die These. Man darf die Bürgerinnen und Bürger nicht überlasten. Und an dem ist aus meiner Sicht zweierlei falsch. Also zum einen, haben wir auch schon mehrfach darauf hingewiesen, fallen ja auch heute schon enorme Kosten an pro Tonne Kohlenstoffdioxid. Nur sie werden eben nicht bei den Menschen fällig, die diese Emissionen verursachen. Sondern diese Kosten fallen bei der Gesellschaft an. Die sind also sehr ungerecht verteilt, Philipp. Diese 180 Euro je Tonne zahlt eben nicht der, der das Kohlenstoffdioxid ausstößt, sondern? Im Zweifel wir alle. Also entweder über die Krankenkassen, weil die Gesundheitskosten in die Höhe gehen durch den Klimawandel. Oder aus Steuermitteln, weil Bauern entschädigt werden für Ernteausfälle, weil Deiche höher gebaut werden müssen, weil Gebäude und Infrastruktur, Autobahngleise etc. durch Stürme beschädigt werden. Das sind alles Schäden, die wir alle zahlen. Aus unterschiedlichen Kassen. Wir zahlen diese laut Umweltbundesamt 180 Euro je Tonne CO2, die wir emittieren. Aber es ist eben mega ungerecht, weil nicht die dafür zahlen, die dieses CO2 ausstoßen. Genau, und das hat ja auch soziale Folgen, Philipp. Da hattest du noch ein Zitat eingesammelt. Ja, der Matthias Kalkuhl vom Klimaforschungsinstitut NCC, der sagt, das Klimapaket belastet am meisten eigentlich die Mittelschicht. Und es belastet auch Haushalte mit einem geringen Einkommen, die aber nicht von Transferleistungen profitieren. Also, wenn die Einnahmen zum Beispiel aus dem CO2-Handel, aus dem Emissionshandel, wenn die zum Beispiel über Steuererleichterungen zurückgegeben werden, dann wirkt das natürlich nur bei Leuten, die auch Steuern zahlen. Ja, und je mehr Steuern man zahlt, desto mehr profitiert man. Das ist das alte Problem bei Steuererleichterungen. Ob wir jetzt vom Kinderfreibetrag reden oder von der Entfernungspauschale oder von welcher Steuererleichterung auch immer. Je mehr du verdienst, je mehr müsstest du Steuern zahlen, je mehr sparst du an Steuern bei steuerlicher Abzugsfähigkeit. Immer dasselbe. Genau, und er schlägt halt auch vor, eigentlich müssten wir das Geld, was wir mit einem CO2-Preis einnehmen, wirklich, so wie wir das ja auch vorgeschlagen haben, einmal im Monat den Leuten bar per Scheck aufs Konto überweisen, Punkt. Einfach so quasi als Kopfpauschale, ne? Als Kopfpauschale. Und dann lässt sich das, glaube ich, nämlich auch viel, viel besser verkaufen, dass sie an der einen Seite mehr zahlen. Aber niemand, niemand checkt doch, dass er über die Stromsteuer, die gesenkt wird, ein bisschen weniger für den Strom bezahlt. Oder dass er, wenn er Steuern zahlt, unter Umständen hier und da entlastet wird. Sondern wenn du das kommunikativ verkaufen willst, dass die Leute an bestimmten Ecken für CO2-intensive Produkte und Dienstleistungen mehr Geld zahlen, aber am Ende des Monats einen Scheck über 80, 150 Euro kriegen, dann wissen sie, wohin das Geld fließt. Und das wäre ja auch verwaltungstechnisch relativ einfach umzusetzen gewesen. Jeder ist ja irgendwo mit seiner Hauptwohnung gemeldet. Alle Erwachsenen, alle Kinder, da hätte man schlicht und ergreifend sagen können, wir hätten gerne von Ihnen eine Kontonummer. Fertig. Das wäre relativ einfach gewesen. Und ich finde das insbesondere interessant, wie die SPD hier mal wieder, muss man sagen, ein totales kommunikatives Eigentor schießt. Denn man hätte Klimaschutz und sozialen Ausgleich wunderbar miteinander verbinden können. Und das wäre auch eine starke Position gewesen, mit der man zum Beispiel Wahlen hätte gewinnen. Stichwort Kopfpauschale. Wenn man also tatsächlich gesagt hätte, wir schütten jetzt pro Nase der Bevölkerung 50 oder 100 Euro im Monat aus, dann hätten natürlich Menschen mit niedrigerem Einkommen das viel stärker gespürt. Es wäre für die ein viel stärkerer Bonus gewesen als Menschen mit hohem Einkommen. 100 Euro mehr bei 2000 Euro auf dem Konto fühlt sich einfach nach viel mehr an, als 100 Euro mehr, wenn man sonst 5 oder 10.000 auf dem Konto hat. Ist ja prozentual. Ist ja prozentual auch mehr. Und es ist gefühlt einfach viel mehr. Und es hätte einfach zu einem sozialen Ausgleich geführt. Und es hätte insbesondere auch dazu geführt, dass die Menschen unmittelbar spüren, okay, ich bekomme hier Geld aufs Konto. Und wenn ich jetzt mich auf der anderen Seite klimafreundlich verhalte, ja, also Fahrrad fahre statt Auto oder so, soweit ich das tatsächlich kann, dann habe ich tatsächlich was von diesem Klimabonus. Und damit hätte die SPD ja auch in Wahlen ziehen können. Aber man traute sich offenbar über, nicht das so deutlich zu kommunizieren. Kann natürlich auch sein, dass eine solche Kopfauszahlung, so ein Kopfbonus für das Klima mit der Union nicht zu machen war. Aber dann hätte man das ja als Forderung in den Raum stellen können. Das werde ich nie begreifen, wieso die SPD eigentlich konsequent irgendwelche Deals in der Großen Koalition als großen Gewinn verkauft, aber nie dazu sagt, dass die Union natürlich dazu geführt hat in den Verhandlungen, dass man die SPD-Position nicht wirklich komplett umsetzen konnte. Ja, das werde ich nie begreifen. Ich hatte da sogar mal irgendwie so Hintergrundgespräche mit Bundestagsabgeordneten von der SPD, die dann auch immer mit den Schultern zucken und nicht so richtig wissen, ja, wieso sie eigentlich so dämlich kommunizieren. Eigentlich müsste man doch sagen, ja, wirklich, ich will Ihnen natürlich keinen Namen nennen, aber da wurde Achselzucken und Ratlosigkeit. Eigentlich müsste man doch in so einer Situation sagen, ja, wir haben in der GroKo einen Schritt nach vorne gemacht, so wie Svenja Schulze ja sagt. Aber da müsste man doch im nächsten Satz sagen, wir hätten natürlich eigentlich gerne noch viel mehr gemacht. Wir hätten zum Beispiel einen Einstieg quasi in einen sozialen Ausgleich gerne gemacht. Wir hätten dieses Geld gerne pro Kopf ausgezahlt oder weiß der Himmel was, anstatt die Pendlerpauschale zu erhöhen, von der vor allem Besserverdienende was haben. Das hätte man doch, musste man doch laut sagen, wir konnten es leider nicht ganz durchsetzen. Gäbe es eine stärkere SPD im Bundestag, dann würden wir dieses und jenes fordern. Machen Sie aber nicht und verspielen hier zwei Chancen auf einmal. Sie verspielen zum einen die Chance, sich als soziale Partei in dieser GroKoalition zu inszenieren und zum Zweiten verspielen sie die Chance, wirklich ökologische Verantwortung wahrzunehmen. Ja, soziale und ökologische Verantwortung hätte man wunderbar kombinieren können. Machen Sie aber nicht, warum auch immer. Und wozu führt das? Naja, sie werden letztlich von den Grünen an die Wand gespielt, die diese beiden Aspekte, soziale und ökologische Politik, in ihrer Programmatik nämlich längst kombinieren. Klar, Opposition ist einfacher als Regieren, zumal wenn man so einen Koalitionspartner hat wie die Union. Aber ich finde trotzdem, dass die SPD das extrem schlecht kommuniziert hat. Wir haben zu diesem Thema auch noch reichlich Feedback natürlich wieder von euch bekommen. Ich möchte hier mal eins stellvertretend rausgreifen, weil das ein Punkt ist, der öfter angesprochen wurde. Nämlich schreibt Christian zur Pendlerpauschale. Zitat, neben der 1%-Regel ist nämlich noch die Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsplatz mit 0,03% zu berücksichtigen. Also 1%-Regel war, wenn man einen Dienstwagen hat, dann muss man 1% des Neuwerts als quasi Einkommen verbuchen und insofern versteuern. Er sagt, neben dieser 1%-Regel ist nämlich noch die Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsplatz mit 0,03% zu berücksichtigen. Jetzt sagt er, 0,03% klingt erstmal lächerlich wenig, aber eine kleine Rechnung zeigt die Konsequenzen. Euer beispielhaft genannter 40.000 Euro Passat als Basis. Die einfache Entfernung zwischen Wohnort und Arbeitsplatz beträgt beispielhaft 65 Kilometer zur Arbeit. Dann beträgt der zu versteuernde Geldwertevorteil eben nicht nur 400 Euro, wie von euch genannt, sondern 400 Euro plus 40.000 mal 0,03 mal 65 sind 1.180 Euro monatlich. Und das ist dann doch schon recht teuer, was ich da versteuern muss, was mich zum Beispiel dazu bewogen hat, ein ÖPNV-Ticket zu nehmen und mit der Bahn zu fahren. Als Pendlerpauschale kann ich 4.290 Euro jährlich geltend machen. Im Jahr kostet mich das ÖPNV-Ticket knapp 2.000 Euro, sodass ich das Ticket quasi umsonst bekomme. Es ist also längst nicht so, dass die Pendlerpauschale einseitig das Autofahren stark subventioniert. Zitat Ende. Diese Kritik kam von, oder diese Ergänzung muss man ja sagen, kam ja von verschiedenen Seiten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat das überhaupt nicht überzeugt. Natürlich ist das viel Geld und die Rechnung von Christian macht das ja auch deutlich. Das ändert aber natürlich nichts an unserer These aus der Sendung, dass es sich dabei um eine Subvention handelt. Denn die tatsächlichen Kosten für diese vielen Kilometer, die der Christian hier fährt mit seinem Dienstwagen, sind natürlich weitaus höher. Das heißt also, wenn er das tatsächlich bezahlen müsste, müsste er viel mehr Geld ausgeben. Und das heißt, das, was er sich jetzt anrechnen lassen muss als Nutzungsvorteil, liegt immer noch weit unter dem tatsächlich Ausgeschütteten. Also wenn sein Chef ihm das als Gehaltsbestandteil zahlen würde, dann wäre das eine ganze Menge mehr Geld als das, was er sich jetzt anrechnen lassen muss. Mit anderen Worten, im Grunde verstärkt dieses Rechenbeistung von Christian nur unser Argument, dass man sich deutlich weniger anrechnen lassen muss, als man de facto an Werten von seinem Arbeitgeber zur Verfügung gestellt bekommt. Also das, wie gesagt, das kam ganz häufig, dass diese Berechnungen nicht hundertprozentig stimmen. Aber das verstehe ich nicht. Guck mal, das verstehe ich nicht. Unser Argument war doch, du kriegst einen Dienstwagen und musst dir dafür nur 400 Euro anrechnen lassen, die du versteuern musst. Jetzt sagt er, nee, nee, ich kriege einen Dienstwagen und aufgrund seiner Rechnung muss ich nicht 400 Euro als Geldwertenvorteil versteuern, sondern 1180 Euro als Geldwertenvorteil versteuern. Das heißt doch aber, dass der Dienstwagen längst nicht so billig ist, wie von uns dargestellt wird. Das bedeutet aber vor allem, dass der Christian ja einfach extrem viel Geld von seinem Arbeitgeber oder einen extrem hohen Wert von seinem Arbeitgeber gestellt bekommt. Und unser Argument war, diese Regelung ist deswegen ein Dienstwagenprivileg, weil man sich zwar was anrechnen lassen muss, aber der tatsächliche Wert dessen, was man vom Arbeitgeber bekommt, viel höher wäre. Das heißt, wenn man denselben Wert nicht in Form eines Dienstwagens bekäme, sondern bar auf die Tatze, dann wäre die Steuerbelastung weitaus höher. Und dieses Argument wird sogar verstärkt, wenn man noch diese 0,03-Prozent-Regel dazu rechnet, wo er sich jetzt zwar 1180 Nutzungsvorteil anrechnen lassen muss, aber die Kosten dieser Fahrerei sind doch viel, viel höher. Er kann doch für diese ... Also wenn er sozusagen, wenn man die wirklichen Kosten als Geldwertenvorteil ... Versteuern müsste, genau. Das wären in seinem Beispiel 2, 3.000 oder vielleicht sogar 4.000 Euro für das Fahrzeug, für die Abnutzung des Fahrzeugs, für Sprit, weiß der Himmel. Ich habe das jetzt nicht im Detail durchgerechnet. Aber der Punkt ist, das, was man sich in der Steuererklärung anrechnen lassen muss, als Nutzungsvorteil, ist weitaus weniger als der tatsächliche wirtschaftliche Wert der Leistung, die der Arbeitgeber erbringt. Und deswegen ist das Argument nach wie vor valide und im Grunde sogar noch verstärkt. Insofern habe ich nie so ganz verstanden, wieso das in den Kommentaren als Kritik an unserer Berichterstattung gebracht wurde. Denn unser Argument war ja nicht, man kriegt nur 400 Euro. Unser Argument in der vergangenen Folge war, das Steuerrecht ist an dieser Stelle so ausgestaltet, dass es sich extrem lohnt, große und teure Autos zu kaufen als Arbeitgeber und die seinen Leuten zur Verfügung zu stellen. Und das wollten wir kritisieren an dieser Stelle. Und das Argument ist nach wie vor, denke ich, valide. Und genauso gab es noch mal Äußerungen zu dem Thema SUV. Genau, das hat Christian auch noch mal ausgeführt. Auch eure sehr pauschalen Äußerungen über die dicken, großen Spritfässer sind leider, wie schon die SUV-Schelte im letzten Podcast, zu allgemein. Ein dicker, großer Peugeot 508 Kombi verbraucht bei über 200 PS beispielsweise 5,1 Liter Diesel und damit deutlich weniger als ein alter Golf 4 Benziner, Benziner circa 9 Euro, der wohl recht repräsentativ für ein typisches Privatauto stehen kann. Es ist also längst nicht so, dass über die Firmenwagen dann völlig unökonomische und unökologische Autos in den Gebrauchtmarkt gespült werden. Derartiges kann man so pauschal, wie ihr es getan habt, nicht seriös behaupten. Ja, und auch dieses Argument hatten wir in den Kommentaren schon bestimmt 30 Mal. Es stimmt aber einfach nicht. Denn man muss natürlich sagen, ja, natürlich ist nicht jeder SUV jetzt abstrakt ein totaler Spritschlucker. Das stimmt. Man kann natürlich immer noch dreckigere Autos finden. Ja, das geht, egal wie sparsam oder egal wie viel ein Auto verbraucht, es gibt immer Autos, die noch mehr verbrauchen. Ja, das ist völlig klar. Das Problem dabei ist, dass ein SUV einfach immer zu viel Sprit verbraucht. Selbst ein sehr spritökonomischer SUV verbraucht immer noch deutlich mehr Sprit, als er verbrauchen müsste. Das hat der ADAC gerade mal untersucht. Der allgemeine deutsche Automobilclub, also ganz sicher jetzt irgendwie kein Autohasser-Vereinigung. Der hat nämlich mal so eine Vergleichsbetrachtung angestellt zwischen SUVs und vergleichbaren Standardmodellen. Also häufig ist es sogar so, dass es auf demselben Chassis, das für ein SUV verwendet wird, auch ein normales Modell gebaut wird. Einfach, weil die Autohersteller dann weniger Entwicklungskosten haben, wenn sie im Grunde auf derselben Grundlage, denselben vier Rädern, verschiedene Karosserien draufbauen. Und da kommt der ADAC zu dem Ergebnis, dass die SUV-Variante praktisch immer schwerer ist als die vergleichbare Standardvariante. Also im ADAC-Vergleich sind es bis zu 20 Prozent oder etwa 250 Kilogramm Mehrgewicht. Außerdem hat natürlich ein SUV eine größere Stirnfläche, deswegen mehr Luftwiderstand. Und Luftwiderstand und das höhere Gewicht wirken sich natürlich negativ auf den Verbrauch aus. Und besonders schlimm wird es, wenn das Auto dann auch noch einen Allradantrieb hat. Denn der kann noch einen weiteren Verbrauchsaufschlag von bis zu einem Drittel, also 33 Prozent verursachen. Und wenn man das mal zusammennimmt, dann muss man ganz deutlich sagen, es gibt natürlich vergleichsweise sparsame SUVs. Es gibt natürlich SUVs, die weniger verbrauchen als neun Jahre alte Golfs, völlig klar. Nur ein SUV verbraucht immer noch 20, 30, 40, 50 Prozent mehr Sprit als ein vergleichbares Auto, das nicht ein SUV ist. Und insofern muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich das nach wie vor nicht nachvollziehen. Klammer auf, Ausnahme Förster, Ausnahme Gehbehinderte. Ja, es gibt ein paar kleine Gruppen, wo diese SUVs sachlichen Sinn machen. Aber das betrifft sicherlich nicht die rund 30 Prozent der Leute, die sich zurzeit ein SUV kaufen. Insofern möchten diese SUV-Debatte jetzt auch nicht bis in Extenso führen. Aber ich denke, man muss einfach in aller Deutlichkeit sagen, dass die eben Spritschlucker sind. Selbst spritarme SUVs verbrauchen 20, 30, 40 Prozent mehr Sprit als eigentlich sein müsste. Allerdings, wo unsere Kritik vielleicht doch zu holzschnittartig war, Philipp, das war beim Bereich Sicherheit. Ja, der ADAC sagt, SUVs sind nicht sicherer und auch nicht unsicherer als Standardmodell. Das sagt er, zeigen die Crash-Tests. Die meisten Modelle in diesem Vergleich, sagt er, bieten auch einen ordentlichen Fußgängerschutz, was wir ja auch abgestritten hatten. Es kommt auf die Gestaltung der Front an. Eine höhere Front kann sogar von Vorteil sein, wenn dadurch der Kopf des Fußgängers bei einem Zusammenstoß nicht bis an die harte A-Säule oder den Scheibenrahmen gerät. Also da, genau, das wäre also eine Korrektur laut ADAC, dass SUVs nicht per se sicherer oder unsicherer sind und auch schon gar nicht für Fußgänger per se gefährlich sind. Genau, es bleibt also die Kritik zu hoher Spritverbrauch, es bleibt die Kritik zu viel Parkraum in den Städten. Aber man darf nicht mehr damit argumentieren, dass diese Modelle grundsätzlich gefährlicher sind. Es gibt welche, aber nicht alle. Und insofern, glaube ich, sollte man dieses Argument nicht verwenden. Aber die anderen Argumente bleiben valide, denke ich mal. Wir kommen zum letzten Thema. Wer in Berlin durch die Stadt gefahren ist, hat das mitgekriegt, dass die Extinction Rebellion eine Woche lang hier Kreuzungen blockiert hat, Musik gemacht hat, Staus verursacht hat, um für ein besseres Klima beziehungsweise für einen verstärkten Kampf gegen die Klimakatastrophe Stimmung zu machen und Aufmerksamkeit zu erregen. Fridays for Future hatten wir ja schon oft drüber berichtet, aber diese Extinction Rebellion, das ist dann doch noch eine andere Gruppe, die sich, also radikal, das Wort, finde ich in dem Zusammenhang so ein bisschen, wenn man sich die mal angeguckt hat, überzogen, aber sicherlich radikaler insofern, als dass sie auch zumindest einige bereit sind, ins Gefängnis zu gehen, haben sie zumindest gesagt. Ich glaube, passiert ist es da nicht, aber durchaus auch bereit sind, gesetzliche Normen zu übertreten, um gegen die aktuelle Klimapolitik zu demonstrieren. Und es gab ein paar Proteste in vielen deutschen Städten. In Berlin wurden ganze Brücken blockiert, der Platz um die Siegessäule wurde besetzt, teilweise auch nur kurzfristig, dass die Leute auf die Straße gerannt sind, teilweise auch ein bisschen längerfristig. Ich habe mir das mal ein bisschen auch aus der Nähe angeguckt. Also damit hatten Sie dann mit diesem Song Life is Life, da hatte ich dann gleich so ein paar, wie sagt man, Aversionspickel, aber ansonsten war das eine, von der Musikauswahl kann man sicherlich noch was besser machen, aber ansonsten war das eine total friedliche Veranstaltung. Also da saßen viele auf der Brücke im Regierungsviertel, haben halt Musik gemacht. Teilweise, da weiß ich es jetzt nicht, habe ich es nicht gesehen, aber woanders hatten sie sich auch angekettet und mit Sofortkleber an irgendwelche Ministerien geklebt, um nicht weichen zu müssen, wenn die Polizei kommt. Also nach meinem, nach dem, was ich gesehen habe, eine sehr friedliche Wahn, eine sehr friedliche Veranstaltung. Ja, wobei man sagen muss, also die Grundidee dahinter ist ja eben schon so ein bisschen radikaler als bei Fridays for Future. Also während die Schülerinnen und Schüler im Prinzip einfach nur mal so ein bisschen Unterricht ausfallen lassen, wollen ja Extinction Rebellion schon so ein ganz kleines bisschen sticheln und auch wehtun und auch Aufmerksamkeit provozieren, weil sie nämlich einfach sagen, wir müssen rebellieren gegen das Aussterben der Menschheit. Das ist ja im Grunde die Wortbedeutung Extinction Rebellion. Sie rebellieren, das ist die Rebellion gegen das Aussterben der Menschheit. Und wir wollten jetzt wissen, wie die Menschen hinter Extinction Rebellion hier in Berlin eigentlich ihren Protest begründen und wie sie ihn bewerten und auch wie sie bestimmte kritische Positionen dazu einschätzen. Hatten ihnen dazu ein paar Fragen gemailt. Und Maximilian Hierhammer und Lurien vom Presseteam der Extinction Rebellion haben uns jetzt geantwortet. Ja, und sie haben ihre Tonaufnahme so begonnen. Hallo Philipp, hallo Ulf. Wir sind Maximilian Hierhammer und Lurien. Hi, wir sitzen hier gerade in einer Dusche im Dunkeln und beantworten eure Fragen. Ja, wir haben hier also Fragen gemailt, die sie jetzt in der Dusche beantwortet haben. Und eine Frage, die wir natürlich gemailt haben, ist, wie sie denn jetzt diese Woche beurteilen. Also nach all dem, was sie gemacht haben und was da passiert haben. Und da ist ihre Antwort die hier. Das Fazit der Woche, das war eine überwältigende Woche. Wir haben wundervolle, bunte, kreative Proteste erlebt mit vielen wunderschönen kleinen Momenten und wunderschönen großen Zeichen. Und bis jetzt ist es einfach nur ein riesiger Erfolg für uns. Ja, also ich glaube, wir haben auf jeden Fall unsere eigenen Erwartungen weit übertroffen. Wir haben es auf jeden Fall fett in die Presse geschafft. Viele Leute wissen jetzt, wer Extinction Rebellion ist und vor allen Dingen, was wir fordern, dass wir den Finger in die Wunde legen, dass eben nicht genug passiert in der Klimapolitik, dass es nicht ausreicht, einfach auf die Politik zu warten, darauf zu warten, dass jemand anders das für einregelt. Ich glaube, diese Botschaft haben wir jetzt schon mal gesetzt und das ist auf jeden Fall ein toller Erfolg. Das ist auf jeden Fall ein toller Erfolg, dass wir viele Blockaden auch über Nacht gehalten haben, auch über mehrere Nächte und dass immer noch mehr Rebellinnen unterwegs waren, um noch mehr kleine Aktionen zu machen. Ich glaube, heute hatten wir alleine acht große Swarmings. Das sind so Aktionen, wo kurzfristig die Straßen blockiert werden. Aber es sind auch Leute, die haben sich heute mit Sekundenkleber am Bundesumweltministerium angeklebt, haben den Eingang vom Verkehrsministerium mit E-Rollern blockiert, haben dann gerufen, E-Roller sind Pille, Palle, wir wollen freie Bahn für alle. Genau, also das hat alles auf jeden Fall schon mal sehr gut funktioniert und ist auf jeden Fall ein großer Erfolg. Also die Forderungen sind ja, glaube ich, im Kern, dass alle neuen Gesetze oder alle Gesetze insgesamt auf die Klimakatastrophe abgeklopft werden sollen, ob sie da helfen oder nicht. Dass die Klimaneutralität schon bis 2025 hergestellt sein soll, nicht erst 2050. Und dass es eben auch so einem Bürgerinnenrat geben soll, der dann über die Pläne der Regierung abstimmen soll. Ja, natürlich müssen sich jetzt allerdings Extinction Rebellion die Frage stellen lassen, wie sie denn eigentlich zu Gesetzesbrüchen und Ordnungswidrigkeiten stehen. Denn natürlich darf man sich nicht so ohne weiteres auf Straßen setzen und die tagelang blockieren. Die rechtlichen Details sind so ein bisschen, wie soll ich sagen, sind ein bisschen schwierig. Das wollen wir jetzt gar nicht im Detail aufwärmen. Aber jedenfalls muss man schon sehen, das ein oder andere, was die tun, ist sicherlich mit der bestehenden Rechtsordnung nicht so ohne weiteres kompatibel. Aber dessen sind Sie sich bewusst und da stehen Sie auch dazu. Ich habe schon vor längerer Zeit mit mir ausgemacht, dass ich bereit dazu bin, im Angesicht dieser Krise Gesetze notfalls zu brechen. Allerdings ist meine klare Grenze eben, dass ich immer gewaltfrei bleiben werde dabei. Wir rechtfertigen das insgesamt damit, dass dieser zivile Ungehorsam sein muss, weil eben Petitionen, Demos und so weiter überhaupt nichts gebracht haben. Wir haben jetzt 30 Jahre verfehlte Klimapolitik hinter uns, obwohl alle möglichen NGOs, also große Umweltverbände, aktiv waren. Und es gab tausende von Demos, tausende von Petitionen. Es ist leider immer noch nichts passiert. Wobei man vielleicht noch anschügen muss, dass es sich eben in den meisten Fällen nicht um Gesetzesbrüche, sondern eben rechtlich um Ordnungswidrigkeiten hält, weil Gesetze brechen so eine unglaublich starke Formulierung dafür ist. Ja, also da ist natürlich die Frage, und das habt ihr ja auch häufig in den Kommentaren und auf anderen Wegen gefragt, was wir denn jetzt davon halten, wenn Menschen, sagen wir mal, Verordnungen oder auch Gesetze brechen. Ja, also ich glaube, da muss man tatsächlich so diesen letzten Satz da so ein bisschen mit einem Fragezeichen versehen, wo so getan wird, als wäre jetzt, also eine Ordnungswidrigkeit, keine Gesetzesverletzung. Das stimmt natürlich nicht. Also auch Ordnungswidrigkeiten, Verstoßen gegen Gesetze, das können wir vielleicht auch noch rausschneiden sonst. Aber das ist eher irreführend. Aber davon mal abgesehen, ist es natürlich eine heikle Frage, wie man mit Rechtsbrüchen umgeht. Also zunächst mal ist eine öffentliche Billigung von bestimmten schweren Straftaten ihrerseits eine Straftat. Paragraf 140 des Strafgesetzbuchs. Solche Straftaten, die man gar nicht billigen darf, öffentlich haben wir hier zwar sehr wahrscheinlich wohl nicht. Aber trotzdem muss man sich natürlich sehr genau überlegen, wie man zu Rechtsbrüchen steht. Und ich persönlich habe da natürlich noch mal eine ganz besondere Verantwortung wegen meines Berufs. Ich will und ich muss natürlich jederzeit vorbehaltlos für unsere Rechtsordnung eintreten und will deswegen ja auch öffentlich keine Rechtsbrüche billigen oder gar fordern. Das bringt einfach meinen Beruf so mit sich. Aber das mal vorausgeschickt, glaube ich, kann man trotzdem mal über diese Frage diskutieren. Was gibt es denn eigentlich für unterschiedliche Formen von Rechtsbrüchen? Also ich denke mal, ein Einbruch ist eben nicht dasselbe wie zum Beispiel eine Sitzblockade gegen Atomwaffen. Ja, wie wir das in den 80er Jahren immer wieder hatten. Stichwort Mutlangen, Atomdepot der Amis. Und ein Einbruch ist natürlich auch nicht dasselbe wie eine Straßenblockade von Extinction Rebellion. Das versteht man im Grunde sofort. Aber warum eigentlich? Wir haben uns die Frage gestellt, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem schnöden Rechtsbruch durch einen Einbrecher oder jemanden, der einem einfach mal irgendwie, keine Ahnung, in einer Kneipe eine Flasche über den Kopf zieht. Ja, gefährliche Körperverletzung und diesen Rechtsbrüchen von Extinction Rebellion oder bei Sitzblockaden. Ja, und das Stichwort ist da, ihr ahnt es schon, ziviler Ungehorsam. Das ist ja ein Begriff, der für mich auch ein bisschen überraschend schon ein bisschen älter ist. Er ist geprägt von Henry David Thoreau, einem US-Amerikaner. Und da hieß es Civil Obedience. Disobedience. Entschuldigung. Da hieß es Civil Disobedience. Und der hat sich damals nämlich geweigert, mit Steuern zu zahlen, solange die Sklaverei in den USA nicht abgeschafft wird. Und das prägende Merkmal, und da kommen wir zu diesem Anfang zurück, das prägende Merkmal ist eben, dass die geltende Rechtsordnung durch bewussten Rechtsbruch herausgefordert wird. Und dass dieser Rechtsbruch auch offen kommuniziert wird. Ja, ganz genau. Und ein weiteres wichtiges Merkmal sind die Motive. Das heißt, man bricht nicht einfach so das Recht, insbesondere nicht aus egoistischen Gründen, sondern aus der Überzeugung heraus, dass das geltende staatliche Recht unerträglich, ungerecht ist. Das heißt also, dieser Rechtsbruch geschieht nicht als solcher, sondern dieser Rechtsbruch hat im Grunde die Funktion eines politischen Statements. Es handelt sich um die rechtspolitische Aussage, das Recht ist ungerecht, es muss geändert werden. Und die Frage ist aber natürlich, was ist denn eigentlich unerträglich, ungerecht? Und da muss man dann einen kleinen Schritt zurücktreten und sich die Frage, also verschiedene Kategorien von Recht mal vor Augen führen. Da gibt es natürlich zum einen das sogenannte positive Recht. Und das ist das gesetzte Recht, was in Deutschland von den Parlamenten geschaffen wird. Und das kann sich auf eine demokratische Legitimation stützen. Das ist also durch ein bestimmtes Verfahren zustande gekommen, auf das sich die Rechtsgemeinschaft geeinigt hat. Also dieses Verfahren ist in Deutschland in den jeweiligen Verfassungen niedergelegt, im Grundgesetz und in den Verfassungen der Länder. Und man nennt es so schön, dass dieses positive Recht seine Legitimation im Prinzip ableitet aus dem Verfahren, in dem es geschaffen wird. Das Problem dabei ist bloß, dass dieses Verfahren der Gesetzgebung zunächst mal inhaltlich völlig neutral ist. Und das bedeutet, dass auch sehr schlimmes Unrecht Gesetz werden kann, wenn man dafür nur eine Mehrheit findet. Das heißt also, die Legitimation kommt durch das Verfahren zustande und nicht durch das Ergebnis, was als Gesetz dabei herauskommt. Genau, also Drittes Reich ist das sogenannte Dritte Reich. Das ist ein Beispiel, zumindest der Anfänger in der Weimarer Republik. Da wurden ja auch Gesetze geschaffen durch ein legitimiertes Verfahren, die aber extrem ungerecht waren. Und hier setzt eben der zivile Ungehorsam an. Da gibt es einmal den direkten zivilen Ungehorsam. Also da wird die Ungerechtigkeit geltender Gesetze angeprangert, indem man diese, genau diese ungerechten Gesetze selber bricht. Und es gibt den mittelbaren zivilen Ungehorsam. Und da werden Gesetze gebrochen, die als solche okay sind, aber eben mit dem Zweck, darauf hinzuweisen, dass es an anderer Stelle in der Rechtsordnung bei anderen Gesetzen Probleme gibt. Ja, ganz genau. Und da denke ich, sind wir dann schon wieder bei der Extinction Rebellion, die, würde ich sagen, ein Beispiel für diese zweite Gruppe ist. Also, dass sie Gesetze bricht, die an sich in Ordnung sind, also hier Straßenverkehrsordnung zum Beispiel. Aber um eben darauf hinzuweisen, dass andere Gesetze unzureichend sind, Klimaschutzproblematik. Ja, ganz genau. Und das Problem bei diesem zivilen Ungehorsam ist nur, was ist denn jetzt eigentlich gerecht? Ich meine, jeder Mensch hat so seinen ganz eigenen Gerechtigkeitsmaßstab. Aber das kann ja jetzt irgendwie nicht die Grundlage dafür sein, zu sagen, ich breche jetzt mal dieses und jenes Gesetz, weil ich das persönlich ... Weil mir das gerade ungerecht vormittelt. Und das kann ja irgendwie auch nicht reichen. Man muss sich also die Frage stellen, welcher Maßstab soll denn einfach gelten für die Gerechtigkeit von Gesetzen, wenn eben nicht die Legitimation durch das demokratische Verfahren. Und das ist ehrlich gesagt eine jahrhundertelange philosophische Diskussion, ob man das Recht irgendwie aus der Natur ableiten kann. Ja, das sogenannte Naturrecht. Ob es also sowas wie überpositives Recht gibt. Also Recht, das nicht gesetzt werden muss, sondern das im Grunde dem gesetzten Recht, das Parlamente zum Beispiel erlassen können, noch vorgeht. Und da gibt es alle möglichen ... So wie Menschenrechte? Ja, zum Beispiel. Das ist ein sehr gutes Beispiel, Philipp, weil nämlich die Frage, eigentlich leitet man eigentlich Menschenrechte ab? Wir haben da jetzt inzwischen bestimmte Menschenrechtstexte. Ja, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen zum Beispiel. Und es finden sich ähnliche Formulierungen ja auch schon in früheren Texten. Also zum Beispiel in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung ist von certain unalienable rights die Rede. Also jeder Mensch hat bestimmte unveräußerliche Rechte, die man ihm nicht absprechen kann. Aber wo das dann so herkommt, ist nicht so ganz einfach. Es gibt alle möglichen denktheoretischen Ansätze, philosophischen Ansätze, Naturrecht quasi abzuleiten. Aber es ist nicht so ganz einfach. Und man kommt also nur ganz schwer zu wirklich tragfähigen Ergebnissen, auf die man sich dann auch quasi, wie das so schön heißt, intersubjektiv einigen kann. Wo also alle Menschen der Meinung sind, ja, okay, das sehen wir ein, das ist Recht. Das gibt es, aber es ist ein bisschen schwer. Und es gibt für diesen Rechtspositivismus, also dieses Vertrauen darauf, dass Gesetze vor allem durch ein Verfahren zustande kommen müssen, gerade in Deutschland auch ganz starke quasi historische Gründe. Also insbesondere in der Weimarer Republik gab es natürlich auch Reichstagsmehrheiten, zum Beispiel für die Sozialdemokratie. Die hatte aber das große Problem, dass die konservative Justiz in der Weimarer Republik immer wieder sich sträubte, diese Gesetze des Parlaments auch einzuhalten. Kann man sich heute überhaupt nicht mehr so richtig vorstellen. Aber der Vorsitzende des Deutschen Richterbundes, ein Herr Leb, schrieb zum Beispiel 1921 zur Politik in der Weimarer Republik, das ist jetzt ein Zitate, schnallt euch an. Lügenrecht, schreibt Herr Leb. Lügenrecht, neuer Geist erfüllt die Welt. Der neue Geist ist Lügengeist. Staatskunst ist Lügenkunst. Treibt die Politik Klassenpolitik, so ist das Parteirecht, Klassenrecht, Klassenjustiz. Wo mehrere Parteien die Herrschaft üben, entstehen Kompromissgesetze. Sie stellen Mischlinge, Kreuzungen der Belange der herrschenden Parteien, stellen Bastardrecht dar. Und dann, das ist so dieses Zitat, das jetzt kommt, das ist relativ bekannt. Jede Majestät ist gefallen, auch die Majestät des Gesetzes. So äußert sich ein Mann, der von Beruf erster Staatsanwalt war in der Deutschen Richterzeitung 1921 über die Gesetze, die der Deutsche Reichstag in der Weimarer Republik beschlossen hat. Und da kann man sich vorstellen, wenn das Recht des demokratischen Gesetzgebers so radikal abgelehnt wird, wie hier von einem führenden Justizvertreter, dann gibt es natürlich nur eine Reaktion, dann muss man darauf pochen, dass dieses Gesetz, dieses Parlamentsrecht auch tatsächlich umgesetzt wird. Und deswegen hat gerade die SPD in der Weimarer Republik immer sehr gekämpft für diesen Rechtspositivismus. Also dafür... Und du meinst, da kommt heute das breite Unbehagen in Deutschland auch her, wenn geschriebenes positives Recht gebrochen wird? Also jedenfalls gab es eben damals dieses große Problem, dass das Parlament Probleme hatte, sich durchzusetzen mit seinem eigenen Recht. Und deswegen war dann so die Gegenreaktion Rechtspositivismus. Leute, wir müssen dieses Recht auf jeden Fall einhalten, auch wenn wir möglicherweise da Bedenken haben, weil sonst das mit der Demokratie nicht funktioniert. Und dann allerdings kamen die Nazis. Und du hast es eben schon kurz erwähnt, Philipp. Sie erließen massenweise ungerechte, oft menschenverachtende Gesetze. Und die braven deutschen Beamten haben sie einfach befolgt. Vielleicht, weil sie hier und da auch Nazis waren. Aber sonst im Zweifel, weil sie halt im Bundesgesetz platscht. Oder im Reichsgesetz platscht. Gesetz ist Gesetz. Genau, Gesetz ist Gesetz. Ist ja so erlassen worden, wenn auch nicht mehr parlamentarisch in aller Regel. Und das führte dann natürlich, kann man sich vorstellen, nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer Krise des Rechtspositivismus. Der Rechtspositivismus war dann, muss man leider sagen, eine der vielen ideologischen Grundlagen, die die Nazi-Herrschaft möglich gemacht haben und die die Nazis auch ausgenutzt haben. Und da hat ein... Aber ganz kurz, bevor du dazu... Aber wenn es während der Nazi-Herrschaft erlassen wurde, dann passt doch das mit der Legitimation auch nicht mehr. Denn das war dann ja schon eine Diktatur. Und das, was da als Gesetz erlassen wurde, war dann eben auch nicht demokratisch. Das war ja der große Trick der NSDAP, dass sie 1933 mit dem sogenannten Ermächtigungsgesetz eine formal legale Grundlage für diese Führererlasse geschaffen hat. Es ist ja eben nicht so, dass Adolf Hitler einfach nur irgendwann gesagt hat, so Kinder, ich bin jetzt hier Reichskanzler. Die Weimarer Reichsverfassung interessiert mich nicht mehr. Und ich erlasse jetzt einfach quasi Verordnungen. Und dann, die müsst ihr euch dann halten. Sondern ganz im Gegenteil. Man hat ja im Rahmen dieses sogenannten Ermächtigungsgesetzes gerade die Möglichkeit geschaffen, dass die Regierung Gesetze selber erlassen und verkünden kann. Das heißt also, diese Nazi-Herrschaft hatte formal eine legale Grundlage, die auch durchgehalten wurde. Übrigens bis 1945 haben die tatsächlich noch so ziemlich alles, was sie getan haben, in Form von Gesetzen und Verordnungen erlassen und im Reichsgesetzblatt veröffentlicht. Also formal war das alles sauber. Und das heißt also, diese Legitimation durch das verfassungsrechtlich vorgegebene Verfahren haben die Nazis tatsächlich durchgehalten. Sie haben dann natürlich alle möglichen anderen Dinge getan, die mit der Weimarer Reichsverfassung nicht vereinbar waren. Also zum Beispiel den Föderalismus aufgelöst. Also quasi die Gleichschaltung der Länder und so. Sie haben alles Mögliche getan, wo man nur noch mit großer Vorsicht von formal legalem Verhalten sprechen kann. Aber jedenfalls so im ersten Anschein war die Legitimation durch das Gesetzgebungsverfahren eben weiter eingehalten. Und deswegen war dieses Nazirecht tatsächlich aus einer rechtspositivistischen Perspektive zunächst mal geltendes Recht. Und das führte dann... Und dann kam aber nach, also als Reaktion darauf, gab es dann ja ab 46 ein bisschen eine andere Lesung. Allerdings, ja. Allerdings eine ganz interessante Figur trat dann auf den Plan Gustav Rathbruch, der in den 20er-Jahren schon SPD-Justizminister gewesen war. Und insofern quasi ein Opfer war, ja, der Skepsis der konservativen Justiz gegenüber den Gesetzen, die zum Beispiel die SPD durch den Reichstag gebracht hat. Der damals starker Rechtspositivist, der hatte dann nach dem Zweiten Weltkrieg große Katerstimmung, weil er natürlich vor dem Ergebnis stand, dass dieser Rechtspositivismus, dieses blinde Schauen auf das Gesetz, eine zentrale Grundlage eben geworden war für die Nazi-Herrschaft. Und deswegen hat er dann in einem sehr bekannten Aufsatz sich davon distanziert. Er hat einen Aufsatz geschrieben, 1946 unter dem Titel Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht. Und da die sogenannte ratbruchische Formel gefunden, die im Grunde so eine Abkehr einleitet von dem Rechtspositivismus oder jedenfalls vom Blindenrechtspositivismus und so eine Art Überdruckventil enthält für Situationen, wo das Gesetz selber Unrecht wird. Deswegen Stichwort Gesetzliches Unrecht. Und er sagt, die Rechtssicherheit ist nach wie vor ein ganz, ganz starkes Argument dafür, dass das positive Recht, das vom Parlament oder sonst wie formal korrekt erlassene Recht auch eingehalten werden muss. Aber, sagt Ratbruch, nun, es gibt eine Ausnahme. Der Konflikt, jetzt ein Zitat, der Konflikt zwischen der Gerechtigkeit und der Rechtssicherheit dürfte dahin zu lösen sein, dass das positive Durchsetzung und Macht gesicherte Recht auch dann den Vorrang hat, wenn es inhaltlich ungerecht und unzweckmäßig ist. Also Ratbruch sagt, selbst problematisches Recht muss im Prinzip erstmal eingehalten werden. Aber, es sei denn, dass der Widerspruch des positiven Gesetzes zur Gerechtigkeit ein so unerträgliches Maß erreicht hat, dass das Gesetz als unrichtiges Recht der Gerechtigkeit zu weichen hat. Wo Gerechtigkeit nicht einmal erstrebt wird, sagt Ratbruch, wo die Gleichheit, die den Kern der Gerechtigkeit ausmacht, bei der Setzung positiven Rechts bewusst verleugnet wurde, da ist das Gesetz nicht etwa nur unrichtiges Recht, vielmehr entbehrt es überhaupt der Rechtsnatur. Und das, finde ich, ist schon sehr wichtig, dass man das immer im Hinterkopf hat. Ja, Recht wird vom Parlament gesetzt. Ja, Recht bezieht seine Legitimation im Prinzip aus dem Verfahren seiner Rechtsetzung. Aber es gibt da Grenzen und Ratbruch zieht diese Grenze bei der Ungerechtigkeit. Also wo er sagt, die Menschen werden grob ungleich behandelt. Das ist für ihn so die letzte Verteidigungslinie. Also wenn der Unterschied, also wenn die Gerechtigkeit so krass im Gegensatz zum geschriebenen Gesetz steht, dann ist es durchaus legitim, dagegen vorzugehen. Aber so kann man ja das, was der Extinction Rebellion macht, eigentlich nicht erklären, oder? Nein, ich denke auch. Die Ratbruchsche Formel wird sicher nicht dazu führen, zu sagen, der Klimaschutz ist quasi ungerechtes Recht. Das wird man sicherlich nicht mehr, oder gesetzliches Unrecht, das wird man so sicherlich nicht mehr sagen können. Aber mir war es einfach nur wichtig, darauf hinzuweisen, was es so für verschiedene Legitimationsmuster gibt für Recht. Und wie man auch sich Gedanken darüber machen kann, dass man in bestimmten Grenzsituationen gesetztes Recht nicht mehr einhalten muss. Also die würden ja argumentieren, Extinction Rebellion sagt ja gar nicht, die bestehenden Gesetze sind ungerecht, sondern sie sagen, dadurch, dass die Gesetze nicht scharf genug sind oder generell fehlen, herrscht eine enorme Unrecht. Gerechtigkeit. Genau, und deswegen würde ich auch deutlich sagen, natürlich kann man mit der Ratbruchsche Formel jetzt nicht sagen, diese Klimaschutzgesetze lösen quasi so ein unmittelbares Aufbäumen aus gegen die Klimaschutzpolitik der Bundesregierung. Ich wollte nur quasi den Blick dafür öffnen, dass natürlich im Prinzip das positive Recht strikt einen Vorrang genießen muss. Aber es gibt eben schon bestimmte Situationen, wo man da auch eine Fußnote dran machen kann. Und wie gesagt, ich will mich da jetzt gar nicht definitiv festlegen, was ich davon halte. Aber ich finde, es ist schon so, dass man sehen muss, dass Extinction Rebellion ja starke Argumente auf ihrer Seite haben. Also Klimaschutz zum Beispiel kann man, denke ich, mit guten Gründen eben für etwas halten, das nicht irgendwie so nice to have ist. Klimaschutz ist eigentlich eben nicht optional, sondern Klimaschutz ist die Voraussetzung für das Überleben der Menschheit. Muss man einfach mal sehen, wenn der Meeresspiegel um fünf oder zehn Meter ansteigt und wir hier irgendwie 45 Grad oder 50 Grad Jahresmitteltemperatur haben, jetzt mal um Extremwerte zu nennen, dann ist es eben nicht mehr so richtig lebenswert in Mitteleuropa. Ja, es ist auch so der Inbegriff des Interpersonellen wahrscheinlich. Also, dass sozusagen davon ja alle betroffen sind. Einige mehr, andere weniger. Aber es ist jetzt sehr weit entfernt von egoistischen Interessen. Ja, genau. Also man kann, denke ich, sehr deutlich sagen, dass das Klimapaket, das jetzt beschlossen werden soll, eben keine adäquate Reaktion ist auf die Klimakrise. Und man wird auch sehr deutlich sagen können, die XR-Aktivistin handeln jetzt nicht zum spezifischen eigenen Vorteil, sondern sie handeln für die Allgemeinheit. Oder jedenfalls nehmen sie das für sich in Anspruch und handeln subjektiv im Interesse der Allgemeinheit. Insofern haben sie, denke ich, schon ganz gute Gründe auf ihrer Seite. Und dann kann man natürlich auch ganz formal sagen, vieles von dem, was sie da tun, könnten zum Beispiel auch einfach Demonstrationen sein. Also natürlich gibt es da natürlich bestimmte formale Voraussetzungen, Stichwort Anmeldung und so. Das wissen wir jetzt nicht, wie das für jede einzelne Aktion so gelaufen ist. Aber das ist also durchaus möglich, dass auch nicht alles von dem, was sie da tun, illegal ist. Und wie gesagt, also jedenfalls subjektiv kann ich schon nachempfinden, oder ich kann jeweils nachempfinden, dass bestimmte Aktivistinnen und Aktivisten sagen, subjektiv halte ich das für legitim, wenn ich jetzt hier auch mal das Recht breche, um einfach darauf hinzuweisen, dass diese Klimakrise ein ernstes Problem ist und dass die bisherigen politischen Reaktionen nicht ausreichen. So, wir wollten jetzt noch Horst Seehofer loben, aber ich glaube, das müssen wir knicken. Wir sind schon recht weit fortgeschritten in der Zeit und deswegen heißt es, die Lage ist für diese Woche abschließend und ausführlich beurteilt. So würde ich das auch sehen. Ja, wir hoffen, euch hat die Lage der Nation Spaß gemacht. Wenn ihr am 19. Oktober Zeit und Lust habt, kommt doch in Münster vorbei bei unserer Lage live. Ansonsten wünschen wir euch ein schönes Wochenende, einen guten Start in die neue Woche und auf bald. Ciao. Bis dann. Tschüss.